Ja, hallo. Hi. Erstmal den Stream aufmachen. Und alle fragen sich erstmal, was ist das? Ich sollte erstmal meinen Stream starten. Huch. Wuppala. Eieieiei. Eieieiei. Das funktioniert hier gar nicht. Guck ich nochmal aus. Ähm. Gibt's Gartek Phone hier als Kategorie? Jo. Gibt's. Ah, da. Gar nicht vor. Wenn ich das so mache. Das ist Sendung. Control Alt U. Den Link, den, den gibt's gleich. Wir warten eigentlich gerade immer noch auf... Ein bisschen noch auf jemand anderen. Aber den... Check ich gleich. Okay, es funktioniert leider so nicht. Kacke. Oh, ich sollte erstmal meine Szene umändern. Dass das Spiel auch dann aufgenommen wird. Oh. Hm. Hm. Das kommt weg. Das kommt weg. Okay, dann lasse ich das mal wieder da. Wenn das nicht geht. Chat live. Und... Siehst du, den Chat kann ich vielleicht sogar nochmal zur Seite packen. So, da. Bam, 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 bam. So und so. Ja, ich denke mal sowieso nicht, dass er... Äh... Link... Hä? Link kopieren. Da, so. Schlink kopieren. Ich weiß nicht schon mal, Rainier. Den Schlong kopieren. Hä? Junge! Wieip, mür. Wieip, mür. Wieip, mür. Wieip. A-René wieder oben ist. Bevor ich Angst haben muss, was ich zeichnen muss. Alter, erstmal mein... Dürft ihr wieder annehmen? Dürft, aktiviere ich. Hallo, der. Weißbrot. Toast. Yes. Kaffee. Ipi. Achso, warte mal. Scheiße, ich kann den Stream ja gar nicht starten, ohne das zu machen. Hm, was denn? Was haben sie vergessen? Klick, klick. Ech. Wochenendstream muss ich, glaube ich, immer so anfangen. Immer mit Energy. Keine vorher Ansprache, immer nur Energy aufmachen direkt. Kein Hallo, nix, einfach nur... Klick. Genau. Oh. Hallo, der. Genau, wo ist, ey. Immer noch nicht da. Oh, boah, ja wieder. Wie gesagt, ist wie die Deutsche Bahn, weißt du, wieso? Ich bin voll noch unterwegs. Ich weiß ebenso, aber irgendwie hat der erste Schluck gerade nach Espresso geschmeckt. Und ich hab direkt einen Flashback zu dem scheiß Bild bekommen, ne? Scheiß fucking Espresso Monster, boah. Hab ich übrigens probiert, ja, nein. Ja und direkt nein. Nein. Ich, genau. Sollte ich mich jetzt dafür erzählen, dass ich diesen Scheiß mag? Ja. Alleine, alleine der Gedanke an den Geschmack, da denke ich mir so, wah. Ich hatte einen eigenen Geschmack, ne? Wah. Wack. Sehr gut. Wenn alle da sind und, und Sey immer noch nicht, dann können wir theoretisch die erste Runde sogar schon starten. Muss niesen. Muss niesen. Wow. Muss niesen, alle. Und gleich bestimmt in der Sekunde, wo ich auf Starten drücke, dann, dann taucht Sey auf einmal auf. Ja. Wahrscheinlich. Okay, warte. Ich zück den Schluck. Nimm den Stüffel. Was hast du gesagt? Hast du geantwortet? Auf jeden Fall noch nicht. So ein Pen. Ah. Und dann schreibt, ey, ich bin gleich da. Ich bin sofort da. Ich seh den Rechner schon, liegt aber noch in der Waage recht. Ja gut. Ne, ich werd dann starten. Jo. Alle ready? Ich hab Angst. Habt ihr euren Stift in der Hand oder eure Maus? Natürlich. Ja, natürlich. Ich wollt grad sagen, du bist im Arsch. Wobei, als erstes wird ja geschrieben, ne? Ja. Ich hab auch die Tastatur in der Hand. Ja. Ja, da hat mir direkt die Kamera abgeschmiert. Okay. Cool. Ähm. Hm. Und jetzt schreiben wir hier irgendeinen Bums. In der Hoffnung, irgendwer anders kann zeichnen, ne? Hm. 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 Beginne eine Geschichte. Dann bin ich verwirrt. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich hab da jetzt einfach... Ja? Was? Hast du geschrieben? Ja? Ja? Nein. Also ne Geschichte ist es jetzt nicht. Oh Gott. Nur ein, ein, ein etwas. Ach, keine Ahnung. Danke für den Follow. Nichts. Fällt mir rein. Okay. Oh no, Alter. Oh no. Was ist das denn bitteschön für de... Ah ne, das ist Opacity. Äh. Was ist das denn? Ah. Nein, kann ich irgendwie zurücksetzen? Ah, die gerade auch. Oh, das ist doch scheiße. Äh, ich werd das geschrieben. Aber der, der hat aber auch echt so gedacht, Nani? Das wird niemand erkennen, so. Zumindest nicht so, wie ich es jetzt mache. Bei mir ist doch gar nichts auf dem Bild gerade. Ja, genau. Bei mir auch. Ähm. Achso, gar nicht. Ich hab hier jemanden, der Englisch spricht, der fragt gerade, ob er mitspielen kann. Äh, the thing is, we are German, so... Could be a little bit. I don't know. Ach Gott. Oh, ich bin so gut, Alter. Ja, ich auch. Sorry, das ist wirklich... Äh. Oh Gott, Alter. Ich bin mir nicht zum Lachen. Was tun wir hier, Alter? Ich kann nicht zum Lachen. Gott. Ach, mich zum Lachen zu bringen. Ich muss gerade mit meinem Stück hier. Ich hab jetzt schon Tränen. Hör auf. Das ging aber schnell bei dir. Warte, war es, da ist noch niemand fertig? Was ist denn das hier für coole Duelz hier gibt, ey? Ach Gott. Das muss man den ganzen Duelz hier klarkommen. Ja, das ist halt... Das, was ich gekriegt hätte, wer auch immer das geschrieben hat, dachte sich halt einfach nur... Ja, ich hab keine Ahnung. Was soll ich denn machen, Alter? Weiß ich nicht. Aber echt? Nein, nein, nein. Fuck. Ich kenn's schon. Ich soll irgendwelche... Alter, nee. Ich muss erst mal mit Schundtift hier wieder reinkommen, ey. Mega kacke. Oh. Und irgendwie ist die Verbindung. Äh. Hallo Aranfi. Äh. Boah. Also ich denk schon, dass du gleich mitmachen kannst. Äh. Aranfi ist auch bei dir? Ja, ja. Also, wenn du Deutsch sprechen kannst, das sind ja alles deutsche Leute hier. Ja, weil bei mir hat er in Englisch geschrieben, deswegen. Nee. Was zum Teufel? What? Okay. Ähm. Ich weiß, von wem das kommt. Ähm. Äh. Ich seh da absolut gar nichts. Was soll das da sein? Ach. Scheiße. Das Ding da einfach... Ich hab keine Ahnung. Oh, wurde das jetzt... Ach, keine Ahnung. Okay. Ich weiß... What? Äh. Wow. Wow. Also, das ist da mal. Ähm. Wie malt man sowas? Ich weiß es auch nicht. Was ist das hier für ein Tool? Was ist dieses Tool mit den zwei Punkten an dem Strich da? Na bitte, ich verstehe das. So, mit den zwei Punkten... Äh. Fazit, denk ich mal. Ja. Wahrscheinlich. Ähm. Wie malt man? Das sieht aus. Ich wüsste halt echt nicht, wie ich das darstellen soll, ne? Wer war... Das ist das Erste, was demjenigen eingefallen ist. Ernsthaft. Goddammit. Ja, du bist nicht gut und sage ich, das ist kein Problem daran für ihn. Wie du siehst, sind wir alle auch zu scheiße. Vor allem brauche ich so dermaß lange. Wie soll man... Man kann das nur in der Form erkennen. Ich will nicht. Keine Ahnung, ne? Oh Gott. Oh nee. Scheiße. Ich glaube, das werden wir heute öfter sagen. Keine Ahnung. Darf man auch... Darf man auch Hinweise geben, was gemeint ist auf dem Bild? Also, äh... Ich sage mal so, Geschriebenes darf eigentlich nichts... Nicht direkt mit dem Ding zu tun haben. Oh Gott. Wird man das erkennen? Glaub nicht. Das sieht eher aus. Nee, absolut nicht. Ich glaube, ich kann für uns alle antworten. Nein. Nein. Wenn man den Text da sieht, dann kann man sich das vorstellen. Ja, aber... Ja. Gott. Ich habe keine Ahnung, wie man das malt. Hä? Nein, was zum Pfeffel... Äh, was ist hier los? Ja, aber lese doch mal den Namen. Das ist der Punkt. Lese doch mal das Wort. Ja, kacke. Keine Ahnung. Es sieht halt... Formtechnisch okay, aber... What? Was? Okay, also... Also... Teufel. Nein, das kann... Oh Gott, wird das wohl geschrieben? Ich glaube. Alter, nee. Ich werde nachher verprügeln werden. What? Okay. Ja, genau. Easy. Das erste, dass man halt das halbwegs hintergeht, oder? Warum benutze ich nicht das? Okay. Scheiße. Denkt ihr was aus? Ja. Moment, ich weiß nicht, war das, die es nicht definitiv kommt. Dann war das andere doch von jemandem... Oh Gott, ich weiß nicht. Äh. Ei, ei, ei. Oh Gott, warum muss man so wenig Zeit? Nee, warte, wie sieht denn das? Wie sieht denn das? Wie sieht... Wie sieht... Ich hab's ja echt keine Ahnung gedacht. Oh Gott. Oh Gott. Das war alles seine Linie. Nein. Das sieht sehr männlich aus, auf jeden Fall. Okay. Müssen wir Angst haben. Ich hab' nicht die richtigen Farben dafür, glaub' ich. Ja. Das heißt, das ist... Das hat nicht gemacht. Und dann vorzelt... Ich... Ich... Oh Gott, ich weiß die Farben nicht mehr, auf jeden Fall. Ohh... Shit. Hoffentlich kann damit irgendwer was anfangen. Ich werde nach... Ist, glaub' ich... Ist, glaub' ich eh die letzte Runde jetzt. Ja, ich glaub auch. Ich glaube, ich werde verprügelt danach. Oh Gott, ey. Da wird keiner drauf kommen. Wenn da jemand drauf kommt, GG. Ah. Wenn er das schon liest. Nee, egal. Ich hoffe, ich kette das noch. Scheiße. Ich habe Angst. Warum ist denn eigentlich bei mir die Musik aus? Das hat definitiv wieder geschrieben, was ich hier gerade gekriegt habe. Ach nein. Ich habe Angst. Ich gehe weg. Anzeigemodus. Manuell, automatisch? Oh, lesen, an. Oh nein. Werde, ob die einen von... Ja, natürlich von Anfang. Es wäre schlau. Ja, gut. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Wir sind alle sehr verzweifelt gewesen. Ja. So, Sykes liegt im Bett und sucht seine Elefanten unterholt. What? Oh. Aber er zeichnet nur... Sykes sucht sie wie immer. Okay. Anizei der Deutschen Bahn. Ja. Oh nein. Also, ganz ehrlich, wenn man Zug malt, kann man auch erwarten, dass es nicht ankommt, was ich geschrieben habe. Oh Gott. Erstmal runterladen, das Bild. Ja. So. Das ist dabei rausgekommen. Ja. Voll. Vor allem mit dem Eis. Ja. Oh Mann, ey. Hoffnung. Ja, genau. Arty, du bist es. Ja. Aber gut getroffen. Mensch steht auf einer Wiese und wird Regenbögen. Och nein. Bright Parade mit vielen Regenbögen. Voll im Regenbögen und das braun drin. Ja. Oh fuck. Damn, son. Alter, nee. Hoffnung. Hoffnung. Hä? Gib dir mir erstmal ein abstraktes Konzept. Ja. Ich muss erstmal ein Konzept geben. Punkt. Oh, danke fürs Follow. Scheiße. Ja, fällt mir ein, ich habe hier das Dingson gar nicht eingeblendet. Dreiköpfige Banane. Oh, das habe ich auch bekommen. Aber es sah für mich nicht richtig nach einer Banane aus. Kerberos Bananenschale mit Hüten. Boah, was? Aber da hast du nicht die Mehrzahl. Das ist seltsam. Happy Bananenschale mit Zylinder. Ja. Happy Bananenschale. Nach der Bananenschale ging alles super. Giraffe hat einen Medizinball verschlossen. The fuck? Es kam bei mir absolut nicht an. Nein, bei mir auch nicht. Okay, das verstehe ich, wie er da raufkam. Giraffenschnetzel. Okay. Eine brennende Giraffe. Und jetzt kommt meine Meisterzeichnung? Spongebob in Giraffenform. Das wäre doch gar nicht an. Da braucht ihr doch bloß Batman malen. Also das ist bei mir nicht angekommen. Eine Katze in Lederkluft. Ach so. Oh mein Gott, dass es Lederkluft malen sollte. Oh nein. Eine Katze lasst ihre Muskeln spielen. Ich falle. Oh oh. Was ist das dick da mit der Muskeln? Das ist so eine braune Katze ey. Monster in Witcher 3 hat dickes Holz vor der Hütte. Das ist durchgekommen. Immerhin. Ja. Der Zeh meiner Brüste. Wow. Oh yeah. Alter, du hattest das auch noch. Lissi, das ist andersweise dein Körper. Das ist dein Körper, wenn überhaupt vor meinem Charakter. Ah nee ey. That escalated quickly. Ja, aber richtig. So, einfach mal die Einladungssling kopieren. Won't say. Der braucht einfach viel zu lange, der Junge. Ist noch in der ICE. Ja. Ich weiß wo das Problem ist. Hast du, hast du den Zug gemalt? Schreib doch einfach nur DB hin oder sowas. Vor allem, ich hatte das Bild schon vor Augen, als ich das geschrieben habe mit Zay sucht seine Unterhose. Ey, und er hängt da so halb vom Bett runter. Greift unter das Bett. Ah nee ey. Ei, 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 ei. Oh, wie heißt es? Oh, Artie, wie heißt es? Wo ist denn Dings hier eigentlich? Oh, wie heißt es noch? Mit dem wir Red Dead, glaube ich, gespielt haben. War das Red Dead? Äh, meinst du Extreme? Nein. Oh Gott. Wie heißt er denn noch? Jackie? Nein. Was in er oder in er sie? Sie, definitiv. Ein Jackie? Nein, ein Sie. Hä, na klar. Das ist die einzige weibliche Person. Ich kenne die Red Dead Redemption von meiner Freundes. Was haben wir denn gespielt mit ihr zusammen? Auch, 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 wie man glaube ich. Oder? Wenn sie auch streamt, dann Jackie. Oder meinst du vielleicht E-Pfizer? Aber sie ist ja, E-Pfizer, meine ich. E-Pfizer, meine ich. Und sie haben mit ihr auch einmal gespielt. Gar nicht. Äh. Upsala, Entschuldigung. Äh, seid ihr ja wieder ready, oder was? Ja, nein. Warte, ich warte. Ach, nee, ey. Oh, das war gut. Ach, so, ich kann mal hier kurz überflippen. Ich muss nämlich einmal hier einmal reinklicken, sonst sagt YouTube gleich, Wollen Sie das weiterhören? Oder sage ich, nein, eigentlich nicht. Aber trotzdem. Okay, dann, äh. Eigentlich nicht, aber spielen. Äh, ja, was? Hat das jetzt auch die Zeit erhöht gehabt, nochmal? Äh, nee, kann ich immer machen. Ich hoffe zumindest, dass, wenn ich langsam anmache, dass das die Zeit erhöht. Ich hoffe es. Ich hoffe aber. Achso. Also. Äh. Ach Gott, ich muss ja. Oh, Satz. Scheiße. Äh. Das, was da schon in der Vorgabe steht, finde ich eigentlich schon voll gut. Wow. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, ob das, ob ich immer kennst, zwei Personen, das mit mir eingeschlossen. Mal gucken, was die Leute sich darunter vorstellen. Hallo. Oh Gott, Mann. Mir fällt grad nicht so ein Scheiß. Ach. Warum nicht? nein ich lasse das nicht das muss der schlechteste telefonanbieter der welt sein wie soll ich das zeichnen dafür habe ich nicht genügend zeit wer auch immer das war wie Wie? Äh, äh. Kai, ich... Hilfe. Wie? Wie? Ja, das frage ich mich grad auch. Wenn jeder sagt wie, dann ja... Oh Gott, meine Hand ist... Ich kann keine Tiere zeichnen, Mann. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Das klingt schon besser. Ich weiß auch nicht mehr, wie man das dann... Äh... Oh Gott, äh... Ich kann... Äh... Und... Komm. Gott... Was soll man das denn... Ach so... Hä? Shit. Und die falsche Dings lang gehabt. Ich hab noch nichts gemacht hier. Z-Life. Ich hab so viel Zeit, dass ich jetzt das Bild sogar noch aufhübschen kann. Ach Gott, ich hab... Einmal fängt da richtig epische Mucke an. Äh... Äh... Die... Malt man das... Äh... Das könnte hinkommen. Äh... Äh... Ich hab auch noch nicht meine Vorstellung davon, wie das aussehen könnte. Ist traurig. Ich... Ich kreuze sich wieder meine Haare. Ich kreuze sich wieder seine Haare. Äh... Gott, da hab ich eine Cutlinie gemacht. Wollte ich... Ah... Und das ist ja schon... Ich mach irgendwas behindertes, aber das... Oh... Falsches... Falsches Stuhl. Äh... Äh... Ich bin so hoch konzentriert am Zeichnen hier. Ich... Ich... Ich hübsch mein Bild einfach nur auf, damit man das... Vielleicht... Ich hab das noch gar nicht... Oh scheiße. Stift mal hier. Um... Mh... Mh... Woa... Äh... Und wenn man... Da kommt kein Mensch drauf, ey. Das Witzige ist, wenn man das Klingeln hört, dann will man Instant Ready machen, aber das ist noch... Man hat ziemlich viel Zeit drauf. Ja. Ne, verreckt er erstmal da hinten. Jo. Gott. Ne, ich hab keiner... Malzeit. Überhaupt keine Vorstellung. Das ist ein cooler Name. Selbst mit einem billigen Strichmännchen habe ich keine Ahnung, wie man das machen soll. Ja, willkommen im Club. Das sieht aus wie Angeknabler gerade, oh Gott. Scheiße. Was da fortgesetzt wird. Ich lasse mich gleich erstmal bei wem entschuldigen. Ähm. Äh. Äh. Okay. Danke für den Follow. Wer das liest, ist cool. Wenn. Was soll das sein? Ich glaube, meins ist relativ einfach gerade. Was soll das sein? Äh. Ah, man hat einfach absolute Verzweiflung wie du. Okay. Ich bin gerade noch zu überlegen, was man daraus interpretieren könnte. Ach, okay. Dann glaube ich, du hast meins. Okay. Hm. Keine Ahnung. Könnte gut sein. Also, ich bin ganz ehrlich, ich sehe da drin praktisch gar nichts. Oh, Alter, hört ihr mal auf mit euren Chess-Konzepten, hey. Was zum Teufel. Äh, äh, was? Ähm. Äh. Ja, sprich dich aus. Ja. Ähm. Äh. Hm. Hm. Wie mache ich das? Äh. Äh. Gott. Oh. Oh, Gott. Ach so, bestimmt. Das ist ja... Äh. Gott, was hat der für... Ehm. Yikes. Hahaha. Yeah. Äh, 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 äh. Ado. Oh, Gott. Nein. Äh. 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 Äh, 10 vor 10, boy. Ja. Sehe ich auch so. Ich wüsste, äh, äh, äh. Äh. Ja, doch, das... Das redet hier gut sogar. Ist dann. Das... Hm. Ah. Ach, warte mal, das muss ich mit Farbe machen. Ja, ich auch, aber ich hab Angst, dass man das vielleicht falsch versteht. Dass man das falsch versteht, dann musst du halt die richtige Farbe benutzen. Das... Das Problem ist... Nein, das geht nicht. Geht das nicht. Oh, was... Schlecht. Könnt ihr die Farbe falsch verstehen. Okay, mach mal das. Goddammit! Nein. Nein. Jetzt hab ich noch... Zum Zeichnen hat man echt immer... Arsch geht's gerade, hab ich das Gefühl. Ja. Es ist ein Ding, ob ich da irgendwie sowas da irgendwie hidden male oder so. Aber? Aber, naja. So, das... Ja, der kriegt noch so... So was Schönes, ja. Was? Das... Äh? Hm. Echt? Okay. Oh, Gott. Ändern wir das. Und auch ein Hallo. Hallihallo. Gregorius. Ob es sich so... So. Brauche ich das hier nur... Ändere ich das hier ein bisschen. Einfach mal so. Was will denn das so wie einfach das? Was sieht hier alles? Machen wir es einfach so. Aber ich bin zufrieden damit. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Können wir ja das hier... Alter, nee, ey. Ich denke, ich habe das relativ gut dargestellt. Ey, ihr und eure Konzepte. Machen wir es einfach so. Hat da jemand schon wieder jemand ein Konzept reingeschrieben? Ja. Oh, Gott. Uncool. Gerettet, ja. Aber danke für den Tipp. Aber das andere, das nennt man doch auch... Äh. Hat? Hä? Oh, ja, doch. Ähm. Ähm. Ja. Warte mal, kann ich... Äh. Alter, der kennt da jetzt etwas... Oh, warte mal, ist das eigentlich ganz cool. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Das könnte einiges sein. Ich weiß, was es ungefähr sein soll. Ja. Aber was genau? Alter, das ist voll cool. Kann ich das eigentlich auch? Oh. Ja. Ist zu lang. Geht das? Oh, lol. Okay, ich mag meinen Stift immer mehr. Ich muss ja noch ein paar Lehrzeichen wegnehmen. Hoffentlich kann das dann niemand lesen. Komm. In das Bild gerade kann ich einfach so viel reininterpretieren. Ich... Das passt nicht. Hoffentlich kann ich... Alter. Ich sag mal so, ich bin aufgeschmissen. Okay. Oh, ah, uh. Ey. Warum geht das zu den späteren Runden hin meistens dann doch wieder, äh, äh, interessanter? Ähm. 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 Wie, wie malt man denn ein... Das kann man doch irgendwie... Irgendwie soo? Oh, Fell. Gott, ich muss grad mit dem Stift hier zurechtkommen. Das sieht aus. Ähm. Nein. Die Haltung ist komplett scheiße, aber egal. Weil ich... Ich nehm meinen ganzen Platz ja auch nicht aus immer, ne? Ich... Äh. Ja, ja, ja. Wie ist da das alles machen? Egal. Äh. Könnte man denn hier noch... Wie, wie, wie malt man denn... Ich hab jetzt Zeit. Mach erstmal... Gott, ey. Welche Farbe sind denn die? Ich glaub eher so, ne? Bitte. Das sieht aus, ey. Ah, okay. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen... Shading. Shading. Oh, sogar schattieren hier jetzt inzwischen. Ja, weil man sonst nicht erkennt, das sieht aus wie ein Fleck einfach nur. Ja, könnte man machen... Ich guck gleich mal in den Mund. Oder... Oder... Nee, genau. Das macht... Mach das erstmal... So. Ich mach meins zu ner 3D-Zeichen. Ja, aber auch nur, weil es simpel ist. Ja, sonst würde ich das nicht machen. Hab keine Ahnung, wie die Viecher aussehen, wenn ich ehrlich bin, weil ich... Wann hab ich zuletzt mal ein Bild davon gesehen, oder? Nicht ördig. Das sieht so kacke aus. Ja, das tut's bei mir auch, im wahrsten Sinne. Ja, same. Ah. Okay. Dieser Winkel einfach nur. Bei dem Winkel denke ich mir echt nur, how? Wie... Wie... Wie ist diese Position zustande gekommen? Bei dem letzten Bild, was ich jetzt hier gerade gezeichnet habe, muss ich gleich noch eine Sache anmerken. Scheiße, weil das sieht halt... Ich mein, gut. Ich mein, gut. Was eigentlich... Was rauskommt, ey. Was ist das, was ich da... Naja... Gemalt habe. Okay. Scheiße. Der zu länger ich mir das angucke, desto mehr muss ich drüber lachen und deswegen... So ungenauer werde ich ja immer zeichnet. Dann bin ich ja jetzt richtig gespannt, was da rauskommt bei dir. Scheiße, Mann, ey. Oh boy. Oh boy. Äh... Habe ich noch was zu trinken? Geil, ich hab noch was zu trinken. Oh, ich hab noch mein Energy. Ja, ich bin auch ganz normal beim Energy am... Nerven. Nebeneinander. Ich hab aber keine Dose. Z-Life. Kann man mitmachen? Ja, man kann mitmachen. Ja. Äh... Ich schick dir gleich den Link. Dann kannst du reinjoin. Scheiße. Egal, fertig. Ah, Mann. Äh... Kack. Ich mein zugegeben... Und natürlich... Hallo. Ich... 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 Ich hab auch ne... Wirklich ne Scheißhaltung, wie ich zeichne, ne? Niemand hat ne bisschen die beschissene Reitung als ich am Rechner. Ja. Ich mein, ich muss von rechts nach links quer rübergreifen. Und muss mir ja dessen nach rechts gucken, um da den Screen zu sehen. WTF? Okay, ich schick dir schon mal den Link. Hast du den schonmal? Äh... Machen Gregorius. Ja, wir sind in einen Discord, aber... Ich... Glaub es besser, wenn wir... Wenn wir hier geschlossen bleiben erstmal. Wollen wir da nicht lieber in den geschlossenen Channel gehen? Ja... Ich hab ja... Erstmal musste ich halt wegen... Wegen... Hab ich ja... Ich bin da reingegangen, weil ich nicht wusste, wen René jetzt reinholt. Aber den ist ein Browser-Game. Ach Gott, ey. Los, ich will sehen, wer was geschrieben hat. Obwohl ich verkackt habe, zu zeichnen. Hopp. Hopp. Und sich auch nicht anmelden. Ich will wissen, wo der... Ein Regenwurm befindet sich in Art Ions Suppe. Oh... Es tut mir leid, Winkelhahn. Regenwurm in Suppe. Regenwurm in Suppe. Ich bin im Zeichen noch schlechter als du. Ich hab den... MS Paint. Essen auf einem Teller. Ich hab den Wurm nicht gesehen. Ja, ein Wurm ist halt einfach was zu essen. Ich hab den Wurm sogar im Gesicht gegeben. Hallo Proteine. Ja, gut. Der Dinger, Gönnung. Weiter. Die sie findet Energie in Julias Hose. Wie so? Julias! Was trau ich? Zwei Typen machen Graffiti. Oh. Ey. War richtig Mühe gegeben. Zwei Jungs sprühen Graffiti. Aber immerhin. Immerhin das coole erst dabei. Hallo, wer das ließ ist. Moin. Yo. Okay. Ey, löp der Lachs. Das lief ja jetzt fast gut. Ja, fast. Ja, fast. Fress auf die Hose und den Energy. Neptuns Schmatzer. Neptuns Schmatzer. Hä? Was? Uranus frisst Stück Dreck. Uranus frisst. Das habe ich bekommen. Jemand sitzt auf einem See aus Kacke. Okay, den muss ich runterladen. Oh Gott, was war das denn für ne Logik? Oh Scheiße. Ja, das war alles Scheiße. Ja. Im wahrsten Sinne. Handy Akku leer. Jo, das habe ich direkt bekommen. Ah, okay. War doch relativ leicht. Also. Akku fast leer. Jo? Ja, das kam bei mir nicht mehr an. Ne. Ich war dann raus. Taschenrechner. Taschenrechner. Bei mir fällt die Null und einige Funktion. Der Taschenrechner ist aber gut geworden. Ja, das stimmt. Ey, 3D und so. Aber ein bisschen lang, also hm. Vor allem bei dem Handy hatte ich halt so viel Zeit noch. Ich war bei der Hälfte schon fertig. Passt vielleicht nicht mehr in die Tasche. Ja, jetzt war gut. Also, es war nicht schlecht. Das nicht. Ja, aber. Die Bedeutung wurde wieder verfehlt. Ja. Bei weitem. Oh Gott. Shit. Wer muss meinen Ansatz zeichnen? Kartus hat einen epileptischen Ansatz. Ja, the fuck. Ich habe keine Ahnung. Hilfe. Verzweiflung. Ja, das habe ich bekommen. Ja, das habe ich bekommen. Typ, der Panik hat und sich den Kopf abrei. Abrei. Ja gut, weil er heilt es nicht. Riecht mal. Riecht mal. Ah. Also. Abrei. Ja, Abreiß war wahrscheinlich geplant. Also. Ja. Ja, ja. Ladrona. Ey, nee. Alter, nee. Jetzt kommt der Rad fies. Katze zerkratzt und das Gesicht. Okay. Ach so. Kam das überhaupt bei mir an? Ach. Ach. Ach nee. Richtig. Das hat bei mir aufgehört. Katze massakriert ein Bär. Richtig. Ach, das war das mit dem Bär. Oh. Scheiße. Jemand ersticht einen Bär. Ja. Jemand, nein, nein. Nö. Der Winkel von dem Bär ist einfach keine Ahnung. Was willst du sagen? Ab wann sind Beleidigungen wirklich Beleidigungen und sind es nicht mehr erlaubt? Mh, 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 mh. Ich weiß nicht, wenn ich nicht eine Beleidigung an sich nenne, sondern etwas beschreibe. Kannst du wieder richtig hinsetzen. Kannst du wieder hinsetzen? Inwiefern? B, 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 B. Katz kenne deine Meistung zu irgendwas aus, dann ohne irgendwas zu beleidigen. Menschen, die solches Gedankengut haben, sind für mich abschauen. Kannst du so sagen. B, 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 B. Es ist keine Meinung. Es sagt dir einfach nur aus, dass du solche Menschen einfach nicht magst. Punkt. Kannst du in Videos und Streams sagen? So. Du kannst ja auch ... Ich habe ja auch schon öfter mal Themen gehabt. Bei dir im Chat. Sowas, wo ich im Nachhinein auch so denke. so wirklich freundlich ist das jetzt eigentlich ja nicht gewesen ich glaube ich habe meine gedanken noch nie so freundlich umschrieben ja sei doch froh drum kannst du kannst ja keine ahnung ja ich hab schon einen neuen link in den und jeder weiß was damit gemeint ist so dann mach ich mal die nation reingeschoben nein darf man nicht nicht unter dem umständen sorry das geht das bringt nichts nach ja war der ist nur bis die bis die fünf drin sind dann schicke ich das so erstmal auch mein screen ausgemacht weil ich weiß nicht ob man oben bevor man die lobby jointer hin links sieht deswegen ich habe einfach folgt der google ja ein vollbild gemacht muss man das auch nicht mehr ich habe meinen ich habe meinen meinen längsten zugeschnitten so oder so also hatten wir jetzt schon werden geschickt es ist in dem channel warte darauf dass er noch drin ist dann heißt so jj auf der scott oder wie nennen sie sich er ist doch hier im channel ja eben wer hat da gerade rumbequietchen im hintergrund war das war das war das war das nachricht jj hallo okay dann scheinen sich stellen das quietschen kommt keine ahnung glaube ich weiß nicht es kommt bei mir hier ja wenn es bei nie gewesen wäre hätte ich gesagt ist das vielleicht der nein namen will ich nicht sagen der mann mit dem mit dem mit dem mit dem ne der mann mit dem namen der mittelalterliches kleidungsstücke erinnert kurze vorab info falls bei euch jemand mit dem namen ea sports direkt aufkommt band ihn okay er ist das der ganze zeit für den kaiser kriegsreich klar blablabla sag mir nicht hat eben gefragt ob man das nicht darf nein aber er hat das gerade im chat reingeschrieben weil er noch mal gefragt hat darf man spielen worauf ich dann halt gesagt habe nö ich dachte er war so dämlich und hat gefragt es ist ganz simpel die leider haben jetzt so ein paar leute jetzt im nachhinein kommen ein paar leute haben gerade ein bisschen das mitspielen und zufälligen zuschauern die gerade dazukommen eher schlecht gemacht ja ich glaube auch nur von denen ich die namen auf jeden fall kenne ja gut dass ich hier halbwegs bei mindestens einer person halbwegs bekannt bin ja was heißt ja halbwegs zeit lasse ich jetzt mal auf normal los hier und ja war jetzt eigentlich auf dc bezogen weil wir schon mal zusammen gespielt haben ja ich denke ich denke alle sind ja mal mitgewirkt oder so damals meine let's play ist auf youtube hast du irgendwas mal mit ff7 oder resident evil 7 am hut gehabt das muss man das eigentlich rein schreiben oder kann man einfach fertig drücken und der über nimmt das so ist das eine ist ja kein schimmer ich hab's noch nie ausprobiert ich probiere es jetzt einfach mal aus ich hoffe inständig dass das 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 da ich schnell die zeit auf einmal das kannst du danach ist noch trotzdem noch bearbeiten wir darauf drückt ist das eine person oder so ich kenne die ich kenne das nicht das nicht das sagt wer ist das wie waren das scheiße gerade ich habe keine ahnung wie das wie deren symbole skat kannst du dich ich bleib bei dem hier jetzt habe ich jetzt google hier wie das hier wieder steht aussieht wie sich denn aus richtig asozial nichts das war ja was das war ja was Das sieht nicht wie noch Beine aus. Das ist jetzt einfach mal so. Dazu kann man das machen. Fertig. Oh, alter. Ja, bestimmt. Man sollte drauf kommen können. Shit. Langsam ist irgendwie zu viel Zeit. Und wenig. Was? Hölle? Weiß. Okay. Wie nennt man das Ding noch? Hä? What the fuck? Das Ding sieht echt gut aus. Ist das so? Wie schreibt man das denn? Schreibt man das mit? Also, wie schreibt man das? Schreibt man das so? Das ist das einzige, was ich erkennen kann dabei. Ich glaube, das sah anders aus. Hatte das nicht mal so ein rundes Ding da drin? Oh. Ach, du hast die Zeit verringert? Ja, ich hab's doch normal gestellt gehört. Hatte ich doch gesagt. Gott. 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 Hä? Wie mal ich denn eine? Jetzt ist die Frage, was gemeint ist. Was? Das ist die Frage. Was? Was ist das? Was? Ach scheiße. Ah okay, ja, es hätte auch sein können. Äh. Das sieht zur Kacke aus. Das klang gerade irgendwie nach starker Verzweiflung. Mhm. Ach keine Ahnung, ich weiß nicht wie ich das machen soll. Ah ne, das ist dann ja eher, ne das geht nicht. Puh. Oh, lass das einfach mal so. Öh. Also wer da draufkommt, Respekt. Ich würde es nicht. Du, also das, was ich eben beschreiben sollte. Yikes. Doch meins war einfach, was ich beschreiben sollte. Meins war, ne. Ne? Ich habe nichts daran erkannt. Ne? Warte mal. Warum, hä? Warum mein Gott. Äh. ob das ist das nicht aber das ist das erste was mir dabei einfällt weiß nicht ob es das sein soll aber vielleicht nein wie soll ich denen darstellen ne das ist nein das ist das passt schon irgendwie ja das passt schon egal ich mach da auch sein und das hört sich gerade an als hätte jemand ganz leise im hintergrund einen richtig hart fahren lassen das ist so leise jj ist sehr sehr leise das ist nicht jj gewesen glaube ich nicht das ist jj was das kid team mhm echt das ist so stimmt das ist das ist modell kunst das ist das ist hört sich mehr an als würde würde renés kleiner bruder gerade in seinem zimmer hängen und auf seinen riesen monitor stand auf seinem fernse da ich habe keine das können das könnte jetzt das ist das stimmt ah nein ich hab voll vergessen scheiße das ist das ist das ist das ist nochmal das sollte also ich seh die kuh schon noch auch ohne das ich weiß was daraus geworden ist ich wollte ich wollte er scharf surfen sagen Mensch surft auf einer kuh ist alles da ich glaub nur ich fahrt aus der reihe ja richtig im t-posen es schreiten auf lapras es schreiten auf lapras es schreiten auf lapras es schreiten auf lapras junge gliedermaßstab gliedermaßstab ok ja ich dachte ich dir was simples Ja, nee, ich, 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 das hat mir nichts gesagt. Winkelmesser. Genau, genau das habe ich auch geschrieben. Natürlich. Winkelmesser. 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 Was? Was war das? Deutsch. Das war sehr erfolgsloser Friedhof. Was? Junge, der von einem Burger träumt. Junge, der von einem Burger träumt. Er sieht aber noch sehr wach aus, muss ich sagen. Habtet wie immer Hunger. Ja, verständlich. Oh, der ist nicht in der Landschaft. Der Burger ist noch gut. Der Amerikaner ist Burger. Vor allem, es gibt ja wirklich einen Burger, ne? Ich hab nichts gesehen. Nichts. Leer. Konnte nichts zu schreiben. Als Bob schreiben können. Okay, das. Oh, Mann. Ja, das ist ein Bauchnabel. Der Strich unten. Weißt du, wer was ist? Ich weiß, wer das letzte Bilde ist. Ja. Das ist Klopsy. Klopsy. Klopsy? Was? Who the fuck? Eigentlich macht das keinen Sinn, weil Klopsy hat Dinge... Mickey Mouse weint and Disney lehnt. Disney lehnt. Disney lehnt. Komm, das kann man doch mal zeigen. Ich bin und ich, äh, dem... Wir haben einen anderen Klopsy. Mickey Mouse hat der Big Set. Du hast dann auch was anderes hingeschrieben. Da muss man eben hier. Ja, oder stellen. Mickey Mouse weint. Das ist überhaupt in der Tratze. Der weint schon nicht mehr. Der hat Nerven zusammen. Mickey Mouse weint. Aber es weint. Mickey Mouse weint. Das ist der Land vor der Folge vergessen. Das hatte ich am Anfang, hab's aber nicht gemacht. Und dann, worüber wir gerade die ganze Zeit geredet haben, hab ich genommen als Satz. Hm? Okay. Wenn Sneaker seine fünf Minuten hat. Ja, und ich hab daraus Snickers gemacht. Ja, okay. Mikrowelle Schokorie. Schokorie. Schoko. Das schmeckt jetzt. Das ist MS Paint. Mikrowelle. Mikrowelle. Immerhin ist die Mikrowelle da. Ja. Das war wunderschön. Fünf Minuten Snickers. Aber eigentlich von... Nee, aber kann sein, dass ich einfach von meinem... So ist gut in der Mikrowelle. Nein. Was? Nein. Von meinem... Vor allem, wie Sneaker... ...zu Mikrowelle wurde. Ja. Ja. Das ist der Sinn des Spielsatzes. Wie will... Digga, dich... Ich kann einfach den Insider nicht. Was? Artil muss meinen Namen mehr predigen. Hä? Wieso? Ja, weil die von Sneaker auch... DC ist gerne toast. Oh nein, 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 nein. DC ist gerne toast. Ich darf nicht Sneaker nennen. Alle anderen haben die Gefängnis, Seeker zu nehmen. What the fuck? Das ist doch kein... Hä? DC verrenkt sich, um zu zeichnen. Ja. Ich... Ich seh bloß DC und... Was zur Hölle soll der Rest sein? Nein. DC oder Arti bei Gartik vorne. Ich hab was im O-Gern-Zug gemacht. Oder... Und macht beide. Und Arti hat... Und Arti hat... Und Arti spielt im PC und gucken sich nicht an. Guck... Seh nicht an. Gott, ey. Aber jetzt weiß ich... Knossi bei Burger King. Ich weiß nicht, wer Knossi ist. Also sagte mir nichts. Aber Burger King sind... Also der Burger ist gut geworden. Ich bin irgendwo Knossi, deswegen kann das nicht werden. Meine Zeichnung... Wieder... Burger plus... Super. Burger King, Symbol nicht eingetragener Marken. Symbol nicht eingetragener Marken. Ich... Ich geh nicht zu Burger King. Ich kenn den scheiß Symbol nicht. Burger ohne alles. Burger ohne alles. Man soll aber nicht schreiben. Ei, ei, ei. Ja, das sowieso. Schreibst du aber eigentlich gar nicht. Also zumindest... Wenn du schreibst, darfst du nichts damit zu tun haben. Aber es ist nicht direkt damit zu tun haben. Das ist ein Logo natürlich, ne? Ja, Logotechnik ist ja eine Sache. Aber dann versuchst du auch nichts zu schreiben am besten. So wie ich das bei... Bei was hatte ich das denn vorher noch gemacht? Oder wo... Hier bei Death Note. Die C und Arti über die Köpfe geschrieben hat. Ja. Das ist auch eigentlich... Nee, deswegen sollst du ja irgendwie Merkmale hinmachen. Und nicht die... Ja, Gregor meinte auch schon so... Ah, deine Haare nicht vergessen. Also Arti ist einfach Wuschelkopf. Das sah ich doch früher aus. Habt ihr lange Haare früher. Ja gut, das stimmt allerdings. Alter. Also irgendwie will ich so eine Zeitangabe zwischen normal und langsamer, wenn ich ehrlich bin. Oder... Ja. Die Ebi sind jetzt hier nicht mehr, Wünsch dir was. Doch! Weil wir können ja glaube ich auch wieder lange machen, oder nicht? Also... Ah ja, doch. Okay. Das macht meine Zeichnung nicht besser. Gott. Ich wollte gerade sagen, also die Zeichnungen werden natürlich nicht besser. Äh, 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 äh... Äh, äh, äh... Eigentlich müssen es fast alle... Ich kann nicht sagen, aber wenn man zu lesen kann, ist es meine Schule. Zulichweise... Ja. Kurz wird lustiger, darum geht's... Ja, aber es gibt auch manchmal so Begriffe, wo man erst überlegen muss, wie man das jetzt umsetzt. Wenn man keine Ahnung einfach hat. Oder vor allem mit den Twin Towers. Da muss ich erst mal Google fragen, was die Twin Towers nochmal waren. Ja, so. Das ist aber schon trauriger. Oh. Ja, das ist schon... Aber wenn so ein Geriff ist, den man nicht zeichnen kann, aber mehrere Sachen gibt, wie man das zeichnen kann, dann ist es ja so Mittelschiff. Ja, doch. Okay. Ah, da kann JJ aber leider nicht wieder mitreden, Gregor. Weil der sich damit nicht auskennt. Müssen schon Sachen sein, die am besten alle kennen. Alter, ernsthaft! Höftlich! Mann. Mann. Nein. Wie sie... Nein. Was kriege ich für Sachen? Nein. Ich würde es jetzt gern einfach sagen, aber... Nein. Äh. Äh. Was steht doch? Ich mach das mal ein bisschen billiger. Nein. Nein. Ach so. Da wäre es mal ein bisschen billiger ... ... den hierfür wird. Wie denn dein Thema wie ... ... wie denn dein Thema wie möglich ist? Nein! Что? Warum? Da wird doch kein Mensch drauf kommen, ey. Ah, komm, was ist das? Anscheinend nicht, wenn du dabei schon fast zureckst. Film? Ähm, nee. Ich kann nicht auf Fertig drücken jetzt. Dafür zeichne ich das am besten. Oh Gott, ich kann keine. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, same. Also das heißt, keine Ahnung. Ich hab ne Ahnung, aber... Aber es ist halt weird umzusetzen. So aus dem Winkel, den ich gerade im Kopf hab. Dann nimm doch nen anderen. Tch. Ah! Was für ein Joke. Ich brauch mal was trinken. Nein, das ist, das ist zu rot. Was für ein Joke. Ja. Ich hab ja noch... Ich hab ja noch ne gute halbe Minute. Komm gleich wieder. Der Gott. Keine Ahnung. Wieso ich das... Ich werde bald so einen Zeichenkuss machen, einfach nur, dass ich solche Spiele vernünftig spielen kann. Ja. Bei mir ist tote Hose im Chat. Natürlich ist bei mir tote Hose im Chat. Alle Leute, die nicht schreiben wollen oder schreiben müssen, die sind im Discord. Da wird kein Mensch drauf kommen. Hey. Alter, was ist das für ein Winkel? Riccola. Riccola. Du hast immer deine Winkel, ne? Ja, ja, natürlich. Du Winkelmensch, du. Ich halte 90 Grad Winkel. Habt ihr schon das nächste Ding hier? Oder? Hä? Nein. What? Wieso? Wie kommst du da drauf? Das wir schon das nächste Ding haben. Hä? 90 Grad Winkel. Hä? Tiere immer so. Der spammt ja die ganze Zeit. Äh. Tiere? What? Ah, gut. Ah. Gut. Scheiße. Ich krieg's nicht mehr fertig. Äh. 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 ahh. Äh. Ach nee! Ach doch! Oh, voll gut gezeichnet. Oh nee, man hört sich nur begrenzt, sie zu schreiben. Warum kriege ich eigentlich immer so eine Kacksätze, die ich zeichnen muss dann? Gerade in der ersten Runde, wo ich mir halt denke, warum? Was? Ach ja! Alter! Was? Was? What the fuck? Bei wem auch als letztes... Bei wem auch als letztes runterf... irgendwie steht, das heißt runterfällt. Das ist nur irgendwie... Wo steigen wir mit? Ich... So. Wieso? Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich hab diese Person noch nie in meinem Leben gesehen. Deswegen, woher soll ich wissen, wie die aussieht? Mal doch einfach so. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Mal einfach irgendein Männchen. Genau. Eigentlich gibt es nur eine Person, auf die gerade groß rumgehackt wird im Spiel. Ja. Die Person, die erfuhren, die nicht da ist. Dafür gibt es... Keine Ahnung, wie viele Personen die... Tja. 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 Können wir nicht nur einfach ohne nach? Oh, ey. Ähm... Tja. 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 Gott sei, das wird man nie erkennen Ich hoffe, meins kriegt nicht JJ, weil ich glaube nicht, dass er das erkennen wird Aber die anderen schon Ich befürchte, dass JJ mein erstes Wort gekriegt hat Wow Okay, nee, warte, das sieht kacke aus Verdammt Aber ich möchte wissen, wie das entstanden ist Wie ist dieser Satz entstanden? Das frage ich mich bei meinem gerade auch Das fragt man sich immer noch Weil die ersten, die ich halt wirklich gemalt habe, da war es halt wirklich der Satz, der ausgewählt wurde Achso, warte mal Da muss ja noch ein Okay, warte, ich hab noch ein bisschen Zeit Ich hab noch ein bisschen Zeit Brrr Ich möchte dieses Bild nicht sehen Ach Gott, okay Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Keine Ahnung Mit einem Stift Genau Mit den Tools, die dir zur Verfügung stehen Verdammt Mit den Tools, die dir geklaut wurden Hä? 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 Ich bin verwirrt Hä? Ich auch Immer Wo bin ich? Was mach ich hier? Was ist zwei? Kennt man das so? Ich kann das auch erkennen, ich bin fertig Wie ist das entstanden? Mit Liebe Wir werden Lieben Ja Oder mit ganz viel Hass Ich glaube Ich glaube mit Etwas mit Etwas mit Etwas mit Ich weiß nicht, ob ich das eine Wort richtig geschrieben habe Ach Gott Was? Hä? Ähm Weiß Ähm Ja Okay Ähm Also was ich da drüber geschrieben habe, das wird man wahrscheinlich kaum lesen können Was ist das? Was? Es sagt mir absolut gar nichts Ich hab keine Ahnung Erstmal Runde 5 Ja Ja Das ist jetzt wieder langsam Im Zweifelsfall Ist es immer das gleiche Ähm Ja Schreibt mal mit X Ah Pack Au Okay Warte mal Wie kam das bitteschön zustande? Ich weiß auch nicht Ich weiß wieder nicht mehr, wer das ist Deswegen mal Da irgendwie Wer Wer? Wer? Ich bin ganz Komplett überfordert Ist das Das kann man doch nicht zeichnen Das denke ich mir auch gerade Das kann man nur schreiben Jetzt hol So aus Was es nicht sein Es wurde höchstwahrscheinlich schon vorher gezeichnet Also wahrscheinlich doch Ja Ja Aber wenn man Das so wie es geschrieben ist Versucht zu Zeichnen Nee Nee Du Nee Ach nee Warum Das ist ja eher Ach nee Warte, gott Das Aber wieder so Scheiße, Mann! Guck mal, was du so machen, ich weiß es nicht. Gott, ey. Ich bin grad mit diesem Wort überfordert, ich kann das gar nicht zuordnen. Kannst du das nicht zuordnen? Vielleicht hab ich auch einfach... Jetzt hab ich auch einfach einen Hänger, ich weiß es nicht. Hamburger? Das ist echt einfach so auf wie etwas, das sich sehen soll. Ich hab keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Oh Gott. Scheiße, meine Katze. Mein Brain will was ganz anderes zeichnen. Das kenn ich. Mein Brain will irgendwie ein Tier zeichnen. Ich hab keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Ich geb' einen kurzen Tipp. Wenn jemand das bekommt, was ich gerade mal, dann tu einfach so, als ob es das Schwarze nicht geben würde. Das war schon vorher eine Geschichte, die nicht so gut funktioniert. Weil wegen dem Schwarzen sieht das jetzt... Mega weird aus. Eigentlich will ich kein... Äh. Au. Oh Gott. Oh Gott, was mach ich hier? Zeichnen. Das war schon. Ja, genau. Schon, aber ach. Ich hab bestimmt den Begriff reichnen. Da ist jetzt auch ein Ratsch. Da ist er. Eins hat's Ding. Gott. Die Person, die das beschreiben muss, tut mir leid. Bei mir nicht. Kaffu, das ist der schuldigste vorletzte Runde. Zum Glück. Tschüss und. Moin. Hallo. Wunderschönen. Abend. Glaube ich. Hallo. Zwei. Jaja, beruhig dich, Telefon. Darf ich bitte mitspielen. Äh, sorry. Weiter, nein. Und wie geht's? Oh, soweit eigentlich. Ja, gut. Wie immer. Mir geht's immer super. Eigentlich schade, dass man die melden. Wenn wir vorhin ein paar Randoms dabei haben, die Scheiße gebaut haben, erlauben wir nur noch Leute, die wir auch kennen. Also die schon ein bisschen länger frei sind. Das wüsste ich aber. Oh Gott, ich hab Angst. So ne Lache. Ja. Das, äh, geht bestimmt nicht gut aus. Ne, das geht nach hinten los. Okay, da weiß ich jetzt nicht, was es ist. Fuck, ich leist'n der noch. Ich bin jetzt in dem Universum überhaupt nicht drüber. Aber es ist, denke ich, einfach mal das hier, oder? Äh. Das haben wir nur ein. Ja, ne, geht gar nicht. Was ist das für komische Fleckchen, die auf dem Bild hinterlassen worden sind, ey? Entschuldigung. Wie hieß denn das? Scheiße, ey. Das Erste, was in Gedanken kommt, Artyon, ist meistens das Richtige. Ja, es fällt mir ja noch nicht mal ein. Ey. Das ist schlecht. Das ist bad. Ich hab die ganzen Zähne in dem Kopf, aber nicht die Namen. Oh, dann könnte das vielleicht meins sein, und wenn das, wenn du... Dann, dann erstaun dich. Keine Ahnung, ich schreib das... Alter, dieses Telefon! Dieses Telefon, das macht einen richtig... Ja, dann geh doch mal ran, dann hört's auf. Nein, ich hasse Menschen. So. Ich will hier mit Menschen über Telefon reden. Das wird jetzt was, ey. Ich sag euch das, ey. Oh nein, ich hab Angst. Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich geschrieben hab zu Anfang. Ich auch nicht, ich auch nicht. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich weiß noch was ich... Ja, doch. Oh, so. Einmal kurz, einmal kurz runterkommen. Damit wir gleich wieder sterben. Ja, definitiv. Ich glaub, mein Charakter kann gar nicht aufhören zu grinsen, gerade. Oh Gott. Tut schon die Wangen weh, ey. Nur die Wangen? Ja. Seh auf der Toilette. Punkt. Alter. Eigentlich wollte ich da noch mehr zuschreiben, aber... Sikes steckt auf der Toilette fest. Oh nein. Oh nein. Oh no. Oh nein. Oh no no. Oh nein. Warum das Saxophon? Ja, ich wollte grad sagen, warum... ... die Kurzfassung von Saxophon klingt. Ist ja nicht Sax. Sneakers Saxophon. Sneakers Saxophon. Saksophon. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Okay. Pizza Karton. Wow. Stimmt. Pizza Karton. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie ihr den umgesetzt habt. Okay. Pizza. Das war jetzt nicht so spektakulär. Flying Pizza. Flying Pizza? Ja, wenn du mit sowas ankommst, ne? Okay, Flying Pizza. Ich weiß schon instant, was bei mir angekommen ist. Flying Pizza. Jetzt guck, wie ich das gemalt habe. Scheiße. Ja, und ich denk mir einfach nur so Spaghetti Wegen den ganzen Schwarzen war das einfach wirklich auf die Spaghetti deswegen hab ich gesagt, das sieht nicht so aus Ich hab das nur gedacht weil das halt Linien sind von Gelb Ja, hast du auch ein Ausfüllwerkzeug Ja, aber das Ausfüllwerkzeug ist Hm Du hast halt keinen der Lücken lassen, ne? Ja, sowieso nicht Und die Pixel am Rand darfst du auch nochmal immer nachzeichnen Ronald MC Donald tötet alle Ronald MC Donald What? Burger King Mitarbeiter massakriert Kunden Oh Gott Ja Oh nein, okay, ich weiß was Party stopft JJ mit Burgern voll Frist Das Gesichtsausdruck Das Gesichtsausdruck Arti misstet einen Mitspieler Ich hab kurz gesagt, ich hab lange Haare und ich bin und ich hab keine blonden Haare Gut Das ist ja laufig Der Gesichtsausdruck, deswegen musste ich eben so lachen Von Arti McDonalds zum Mitspieler Hm Großer Stimme Oh Scheiße Geil Das bin einfach ich grad Das bin ich grad vom Petit Das bin ich grad vom Petit Oh Scheiße Seeker-Boof Seeker-Boof, das hab ich direkt bekommen Oh geil Ich, ich, mir ist es LOL Ich hab keine Ahnung Äh, ich weiß was da raus Typ sagt LL Während ein zweiter Typ eine Gletscherspalte rund Ich hab ihn doch gesehen Ui Ich hab ihn doch gesehen, aber ich muss zuerst Zwei Leute werfen Menschen von einer Klippe Werfen Von einer Klippe Hä? Das sieht grad aus, als würden die sich selber runter wären Leute von der Klippe schopsen Arti Ja Ich hasse dich Äh Warum wohl? Hm Das ist einfach ein Minecraft-Blog Ich hab doch gar nichts getan Das ist der gute alte Erd-Blog Ich auch Oh, nee Was soll die anderen fördern mit deinem Dings? Gehen wir mal weiter, ey Gothic 1 Gothic 1, wow Ja, Alter Ich hab nichts geschrieben, nichts Es ist halt irgendeine Gothic-Braut mit einer 1 Mit einer römischen 1 Ja, und das hab ich bekommen Ich hab erstmal Hä? Hättest du eine zu früh? Ist das eine Jojo-Referenz? Ist das eine Jojo-Referenz? Und ich krieg Da steht Mora Ja Das ist mir aber auch jetzt erst im Nachhinein so eingefallen, dass es Mora heißt Aber ich glaub das wird mit A geschrieben und nicht ER Na, keine Ahnung Na, keine Ahnung Wie ist denn so blöde Anime-Serie noch? Wie ist ein Typen da, der 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 Power kriegt da Komisch leuchtet Power 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 Ranger Power Rangers Oh ne, ey Seeker wirft ein Auge auf Kinder Pass auf JJ Oh Gott Keine Ahnung Und den, den Schuh, da dachte ich, das wär Deathrunner Das ist ein Fußfaller oder so, nein Warum reiß ich mir mein Auge aus? Weiß ich nicht Auge herausgerissen Keine Ahnung Keine Ahnung Ich sag nur noch mal, ne Irgendwas, was mir über mich war, ist einfach real Typ mit Zylinder reißt sich ein Auge raus Gott, ey Wieso werf ich jetzt wieder mein Auge auf kleine Kinder? Das wissen wir alle ganz genau Ich hab lange Haare, ich weiß nicht, ob es jetzt noch nicht gezeichnet wird Sonst wirst du ja immer Steine ausgeladen Ah, Junge Ich freu mich Anime Anime, wow Ja Da kann ich, hätte ich theoretisch direkt... Bitte was? Okay Haben sie Werbung von Portal oder einem Rap? Portal oder ein Rap? 18. März im Handel Mit Portalem Denken plus Companion Gabe Der ist einfach so gesagt, ey The fuck Mensch produziert nur durch seine Gedanken ein Rieses Jojo Ein Rieses Das sind Schallwellen Oh Gott, ey Moin Oh, Mann Ein Rieses Boah, wird viel lang Voll, ich hab's nicht anders geschwimmen Ich kann nicht mehr Mein Gehörn ist Matsch Shit, ey Ich bin Dolge Ja, ne Du warst eigentlich von euch einen der Lieblingsanime Alter Ich guck keine Anime Kommt das so ganz, ganz ruhig und heiße Ich guck keine Anime Kann man das essen? Er guckt keine Anime, guckt mir aber zu Ich bin Anime Ich bin eine Jojo Referent Hm, was, ja? Du was? Was? Nani Nani Ich hab das Gefühl, ich muss schon wieder pissen Warst du das Gefühl oder du musst? Ich muss schon wieder pissen Äh Ich hab mir gerade eben eigentlich einen ziemlich guten Begriff Oh doch, jetzt weiß ich's wieder Okay, never mind Ja, ich speichel dir den Kopf ein Sey steckt immer noch auf der Toilette Naja, von den Halo-Filmen können sie euch auch mal ein bisschen mehr machen Fuck, was macht DC denn da? Hä? Was macht der denn? Guck, guck Ahja Ui Hochkommensum Mein Lieblings Anime Da ist halt Glaub ich sogar der Karakter der Leute, den DC gerade hat Auf DC Nur Seht das nicht der, aber den sieht man ja so auf Nein Doch Fertig auf zu lügen Du hast dein, du hast dein Mikrofon mitgenommen Ja, sicherlich Ja. Alter, mein Schädel. Dein Stuhl wieder aufstellen? Gott. Ich bin aber nebenbei noch am Telefonieren, dass ich mir jetzt nicht genügt habe. Also Gott wird dir auch nicht helfen. Gott, nee. Der kann mir auch nicht helfen. Dafür ist es zu spät. Da braucht er schon nicht für. Was? Ich will dir Tuch ziehen. Ähm, so, äh, wähle Wappe. Mucke hat sich schon wieder pausiert, nur weil ich gerade mal kurz aufgabe. Nicht schön? Ja. Oder hat die sich zwischendurch ja pausiert und ich hab's einfach nur nicht bemerkt, das kann beides sein. Können Sie noch weiterhören? Nein. Ah, wie war's? Ich glaube, ich muss den noch lauter stellen, ey. Ich kann ihn gar nicht mehr lauter stellen. so waren wir jetzt. 135% Ja. 200% Ja. 6900% Hahaha Nice Okay, ja, äh René ist gerade gemutet Ja, René ist gerade oft gar nicht da Wer ist denn nicht? Was? Er hat zwar eben gesagt, dass er zwischendurch gemutet ist wegen irgendwas aber ich hab nicht ganz mitbekommen, weswegen Er ist halt noch nicht da für dich Ja Erstmal einen abdrücken Nö Schön auf dem Stuhl Wird ja gut gefiltert Integrierte Sitzheizung Genau Und Zay, diese Flitzpieper ist immer noch nicht da Was ist falsch bei ihm? Er steckt halt immer noch auf dem Klo fest Ja Er hat die Nachricht bestimmt nicht mal gesehen Ah, da ist er wieder Ich bin die ganze Zeit da, hab ich doch eben gesagt Du warst eben gemutet Ja Ja Weil was? Ja, wir hören Nani Sag ja Mit meinem Handy einfach kein Internetverbot Weil Weil ich nie beim Telefonieren bin, deswegen hab ich mich gar noch gemutet Achso Hab ich eben gesagt Glaub nicht an Da haben zu viele andere Leute geredet Aber wir können starten, oder? Leute schieben Ja, also wenn alle Alle so weit da sind Dann Dann starte Allah Ach Alter Was wird mir denn direkt vorgeschlagen? Ähm Hm 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 Ja, muss man hart überlegen Nein Nee Ich hatte sofort nen Satz Ach nein Kam wie aus der Pistole Und irgendeine arme Sau darf das gleich zeichnen Mir fällt überhaupt nichts mehr ein, ey Wir hören das so durch Hahaha Richtige Matschbörde Ja Das ist das Gute Wenn ich durch bin, hab ich nur solche Sätze Aufm Kopf Ne Im Kopf Das ist Ein Traum bei so einem Spiel Doch Weil mir nichts besseres einfällt Hahaha Mir fällt auch nicht bloß so ein Was? Hey Doch Gott Ich was hör euch Ich weiß noch nicht mal Warte mal Ist das? Ihr freut mich doch jetzt verarschen Ich weiß nicht mal was er da anhalt Hä? Gott Wie soll ich das denn zeichnen? Achso Ah Das hört sich gut an Ach ne Was hast du denn für den Bohrer jetzt? Keine Ahnung Das wird niemand erkennen Äh Was hatte der doch für ne Gott Was ist das? 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 Ich habe das? Ich habe das Warte mal Ne Ich habe das benutzt Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich habe eine Jocker Oder ein bisschen Ich habe da Ich weiß nicht Ich weiß nicht Aber Na Das istig Aber und Es hat Ohne das natürlich Aber Wie soll man das sonst machen? das wollte ich jetzt nicht was sieht die musik schon wieder aus was ist mit seinem hals los keine ahnung ich da wird wieder keiner drauf kommen weil ich selbst nicht weiß wie ich das zeichnen soll und gibt es kein echtes echtes leder was nur dieses bild da wird wahrscheinlich einer stoff kommen richtig da wird wahrscheinlich dann so was irgendeine sache über mich kommt ich habe real rote haare meint mich bitte mit roten haaren wenn wir dran denken wenn ich dann kein psychopat bin hat ihr listen verbund am hörer die deutsche bahn hotline wie kann ich ihnen benötigt die deutsche bahn hotline was ich für haare kannst du praktisch als keil rasiert sehen ansonsten mach einfach die von meinem charakter ja ich mach gleich cam an und dann pack ich all meine haare vor mein gesicht damit ich alles sehen kann aber ihr nicht da bist du gerade aus dem knass draus meine merkmale sind ja sowieso immer ein roter und ein gelber punkt in der fresse gerade entlassen worden genau den den ich gerade meinen muss das was mir gerade vorgeschlagen wurde ich glaube ich wusste gerade nur eine Person mit der Zeit das war okay was zum ist bei euch auch seit tagen spuren äh tastatur funktioniere ich kann nicht schreiben was lacht ihr da schon wieder rum kann einfach nicht anders mir fällt dabei nichts ein als das okay ich habe wieder eine sache die ich nicht zeichnen kann okay warte mal das wird schwer das wird also erstmal ich habe wieder etwas ich habe noch ein ich habe noch mal Ich hab... keine Ahnung. Ich hab kein Festival gemacht. Shit, Alter. Oh, Hopper. Entschuldigung. Danke. Oh Gott. Mein Hirn ist durch. Mein Hirn ist immer durch. Gott. Ach, Lol. Auf das große Feld unten in der Farbpalette kann man eine eigene Farbe wählen. So, okay. Oh, interesting. Also gibt's doch Lieder. Ja. Scheiße, gibt's doch Lieder. Oh, cool. Räuschen. Cool. Gut zu wissen. Ich hab geblüht. Danke, Gregor. Du hast mich drauf hingewiesen, ne? Oh, ich hab nur bei dir gepumpt. Oh, man. Ich bin so durch, ey. Und ich will nachher noch Red Dead spielen. Ja, das kann ja was werden. Das wird nichts. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaub wahrscheinlich besseres Aim haben als ich. Warum wurde ich jetzt gekickt? Gekickt? Verbindung verloren wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Bei mir steht es auch. Wegen Sturm. Wegen Sturm. Ja? Nö. Bei mir blitzt gerade. Weil gerade einfach ich normal, dann, ich sag, dann, man hört bei mir den Wind, ich hab, dann hab ich euch gefragt, ist bei euch auch so ein Sturm. Auf einmal, es fängt so leicht an zu hageln, dann, hörts wieder auf, dann, fängt wieder an zu hageln, willig, und dann auf einmal Donner. talking in the beginning. Das war vorhin bei mir alles. Das war vorhin bei mir alles. Ich hängte, hängte gerade fest, ich kann nur zu verändern. Du bist von uns zu dir gezogen, geil. Selbst der blieh ist abgegangen. Gott. Meine Beine. So krieg ich das nicht hin. ich habe kein internet auf meinem pc auf meinem handy schon aber es könnte auch vielleicht nur an meinem pc sein weil manchmal geht einfach bei dem das internet aus ohne grund sehen kann es auch an meinem pc weil sonst wäre mein handy jetzt auch schon aus also mein nächstes stream steht links immer noch hier könnte ihre werbung stehen vergesse weg zu machen hatte ich gestern abend diesen storm und dann schickst du ihn einfach zu uns wie kannst du nur so eine portzone kann er nur machen das problem ist hier stürmt es immer zu unpassendsten zeiten es muss abends regnen und donner wenn ich im bett liegen und schlafen will dann kann ich am besten einschlafen hier ist das schon seit vier oder für so vier fünf tage und ich fahre bis heute hat wieder heute hat es wenigstens ein bisschen nachgelassen aber jetzt auf einmal muss gleich noch auf dem geburtstag ich konnte noch nie so gut schlafen wie als noch sabine hier übergefegt ist wisse wo mir das gerade einfällt hier es gibt ja ich weiß nicht welche seite das war aber irgendwie vor kurzem haben hat wohl irgendeine seite gesagt dass sie digital digitale bilder verkaufen verkauft dass du kannst da irgendwie deine deine ja kannst deine irgendwelche ms paint bilder kannst du theoretisch über die seite verkaufen auch gleich gut dass ich hier alles runtergeladen aber alle griff's ja du hast ja nicht die rechte dazu zwei millionen euro verkauft hey das geld wird natürlich unter uns dann aufgeteilt also bitte und dieser und ein typ der seit 13 jahren irgendwie jeden tag sei ein so ein bild gemacht hat der der hat wohl seine seine ganze galerie verkauft ich glaube für 69 millionen oder was das war ja ich finde es schön ich kann hier nicht zeichnen danke weiß nicht was sie schreibt er zeichnen soll finde ich schön übrigens was was wie muss gerade schreiben ich muss gerade beschreiben hier ich weiß dass ich gerade schreiben muss aber immer wenn ich irgendwas zeichnen muss wo dann zika drin steht wo ich dann weiß geil was soll ich jetzt einfach nur ein klepp der in ein loch fällt ja ne bei einigen sätzen geht das schlecht war vielleicht in einem loch und legt sich über was soll das eigentlich was was ist das da alle mein brain deletet gerade alles was in der vorigen runde passiert ist immer so lange war gerade mein internet auf dem pc auf und ich bin immer noch keine ahnung und ich war immer noch beim zeichnen dann ging es erst weiter mit der nächsten runde ich habe das als erstes im kopf das ist wie soll ich das machen die war das auch so hatte man immer so so ein ende in eine Das war ganz häufig immer so. Scheiße. Ja, dann bin ich. Ich kann nicht zeichnen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ja. 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 Oh. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennt. Kann man so machen, oder? Ja. 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 ich bin gesundheit gesundheit ich kann nicht zeigen muss man akzeptieren ich weiß nicht ob das jemand auch jetzt ist wieder wie viel zeit ich eigentlich noch übrig gehabt hätte aber ich glaube das passt schon so keine ahnung muss man erkennen ansonsten pech keine zeit ansonsten pech eigentlich geht es darum dass entweder das bild wie das erste ungefähr ist oder das wort wie das erste wort ungefähr gleich ist das ist eigentlich von allen schuld dass man das ja stumm Okay, ich mein, Why? Oh, why, hey, why? Tell me why? Vielleicht kommt irgendwer mit Backstreet Boys. G, nicht D. Heute bekommen wir aber ziemlich viele Anrufe. Ja, richtig, ey. Wahrscheinlich hier wieder Marktforschung im Institut. Oder wie die sich schimpfen. Ich bin halt so gespannt, was die Wörter waren, wenn ich das gesehen hab alles. Ich bin gerade so gespannt, was ich überhaupt in der Zeit gemacht hab. Abgesehen, was ich gerade für Netz geschrieben hab, hab ich keine Ahnung mehr, was ich auch geschrieben hab. Ich bin auf das gespannt, was ich geschrieben hab. Ich hab alles vergessen, was ich gemalt hab. Ah, mein Schäle. Ich bin auf das gespannt, was ich geschrieben hab. Oh. Ich auch, ich weiß nicht, was ich geschrieben hab, was ich gemalt habe. Let's do this. Also, ich weiß genau, was ich jetzt, äh, gemalt hab. Ach so, genau. Ja. Ach, ich weiß genau, was ich geschrieben hab, aber ich bin auf die Zeichnungen gespannt. Matsch. Artyon ist Matsch in der Birne. Ja, gut. Ich hab das letztes. Ey, ich hab so eine Scheiße geschrieben. Man deckt an einem Pixelportal. Ach, okay. Ja, gut. Also, Flammkuchen seh ich auf jeden Fall in Renés Bild, obwohl das ein bisschen weider sehen wegen dem... Ich seh im Pixelportal. Alter. Ja, das hab ich bekommen. Ja, das ist derjenige. Nini. Da muss der Aufstieg Seekawookes. Wo ich einfach keine Ahnung habe, wie es Seekas malen soll. Super. engel mit lichtschwert und schlittschuh sein in der hand das ist aber gut aber das ist wirklich etwas das hätte ich selber wirklich geschrieben fucking lauch zwei zwerge wie in einen eimer kackt ich weiß ich weiß was daraus geworden zwei leute kacken an dem großen eimer der ist groß wie nennt man das diese zwei wänzige menschen kacken im grob in einen riesen eimer bitte hören sie diesen gedanken dann sofort löschen direkt löschen aus dem kopf das war das ursprünglich okay ja das ist bei mir angekommen das stelle ich mir halt unter dem chairflip vor schärfe jo auf jeden fall der macht körper auf boden hechtsprung eine riesen senfgurke was bitte was das kam nicht bei mir an hä das sieht aus wie ein maiskolben happy banane mit mais das ist wieder die happy banane ja jetzt kommt meins das ist kein oh 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 ich hatte eine kleine Zeit wenn mein internet ausgefallen ist meins ist super cute ja das könnte einfach so ein anderes sein bananenschale die glücklich ist vor allem das sind bohnen die sind nicht mal gelb äh äh Murmeln ja Murmeln können jede farbe haben ne gelben Murmeln okay die Murmeln mussten gelb werden aber die Sache ist gelb ist zwar die schale die schale wurde abgerissen aber warum ist das innere auch gelb tja noch nie ne banane gesiekt ich kenn nur kobe live anime oh nein ich wusste nicht was ich berechnen sollte oh gosh oh nein oh gosh da wär ich absolut nicht drauf gekommen bis sie ein Prinzessinnen gewandt hat ein elektroschwert bei ketchup mich gefragt hatte wie meine Haare aussehen dachte ich da dran genau deswegen deswegen hab ich gesagt dass sie ein Prinzessin mit Spaghetti-Schwert der sieht genau so aus wie dieses Charakter gerade wer hat den 32 der Stimikopfertäter als nackter König als nackter König oh Junge kennt den von euch kennt den jemand von euch den Anbieter ja ich dachte man sollte Animes rauslassen der Anime der mich beklaut hat ganz aufgeschmissen das ist richtig das ist einer der geilsten der Welt gut Deutsch DC hat ungesunde Augen ungesunde Augen ok DC ist ungesunde das ist perfekt total total zur Hölle total zur Hölle ja gut auch nicht schlecht äh achso ich dachte grad hä wow Minecraft Portal Minecraft Portal oh Mann ey aber was denn meinst du DCs Charakter sieht halt wirklich genau so aus wie der aus dem Anime der hat ich prob mal ganz kurz das Problem ist bloß dass mein Charakter Design schon vorher entstanden hat entstanden ist nein der Charakter sieht aus wie DCs ja ja hab ich ja gesagt nein du hast es ungekehrt gesagt weil ich ich hab den Anime gesehen und dachte mir einfach nur so willst du mich verarschen so kurzes Päuschen ich bin auch noch mal eben eine Stimme jo gönn dir alter ne aber Arti will sich ja Date Alive noch angucken der wird das sich auch direkt sagen jo natürlich weiß nicht welchen Charakter du meinst die die einen abballert und auf einmal bist du in der Zukunft ja du meinst meinst ich glaub Kurumi Tokisaki heißt die oder so ja die wollte ich auch erst zeichnen aber so ja ich glaub die ja die heißt so ein wichtiger Unterschied ist allerdings dass ich lange Haare hab wenn sie kurz relativ kurze Haare hat oder meistens hoch gesteckt eigentlich hat sie richtig lange Haare die dritte Staffel ist irgendwie jetzt schon ungefähr ein Jahr alt und ich hab die direkt geguckt und da ist sie einfach richtig nett geworden ne ich schwöre ja wieso in den ersten in den ersten beiden Staffeln ist die einfach nur Notgeist soweit ich weiß du bist doch nicht schon fertig mit Barsen die war halt so die einzige bei der nichts passiert ist aber selbst in ihrer bösen Form hat sie ihm geholfen in der dritten Staffel wird auch klar in der dritten Staffel wird auch klar dass die ähm da ist es die kleine Schwester also die nicht echte Schwester von Shido einfach auch ein Geist war und die Eltern von ähm Dingens Spoiler der ist mal die halbe Welt jetzt ich hör ihn ich auch nicht und sie ist deswegen von äh Tokusaki die in die Vergangenheit gereist hat sich auch ein Geisterkristall geholt um sie zu töten dann ist Shido auch mitgekommen und hat so irgend so was irgend so ein Trank oder sowas genommen womit er Jünger aus und hat die Eltern gerettet und ist selber gestorben und in der Zukunft dann wieder war ähm war das Wunderkundteil nicht in der Schule ... ... ... ... ich lese gerade ausleihen DC guckt so zu Arti rüber und Arti guckt so zu DC rüber ja innige Liebe ne D ach boy ja jetzt eigentlich irgendwas ich glaube irgendwie hat das glaube ich gegangen gewesen ich habe ich glaube ich glaube das ist eben eine war zum leben das ist der mit der leeren kamera mit der leeren ich habe das gott gerade nicht offen ich auch nicht ich habe zwar genügend monitore aber nein danke von dem ganzen gelache da kriegt man sich richtig kopfschmerzen von ich glaube ich muss das fenster gleich richtig aufreißen ich glaube das mache ich mal eben jetzt fällt dieses avatar ist mir doch vom stuhl klatsch klatsch oh da ist die lehne wieder hoch ist ja ganz normal aus hat mein charakter was kritisches gemacht die lehne erst mal aufrichtet was weil lehne erst mal aufrichten musste mich erst mal ausziehen ach so aha erst mal die fsk in die höhe treiben oder was natürlich natürlich aha machst du jetzt gender assumption oder was ja unmöglich siehst du doch wie das möglich ist nein ich bin ein angriffshelikopter danke ein angriffshelikopter ein apache genau gott ey erstmal das fenster komplett aufgerissen rrrr rrrr ich gehe mir jetzt einfach hier auf dem desktop um kritzeln zu können ey jetzt hier einfach in das fenster einfach rummal so steck mal den stift vorsicht oh mein gott sei hat mir geantwortet oh mein gott oh mein gott so 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 acht minuten bevor ich normalerweise schluss machen würde ihm ging's beschissen ach ne hat er hat er wieder was falsches gegessen ne ich verknallt mit dem spruch also wenn er jetzt legit wenn er legit sagt ich war ganzes teil auf klo dann denke ich mir halt hm 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 ja aber wenn er schreibt ihm ging's beschissen heißt es das ist jetzt nicht mehr der fall das ist jetzt nicht mehr die mieter oh gott ich kann schon nicht mehr schreiben mieter ich verschwinde ich verschwinde ich verschwinde ich verschwinde ich verschwinde Dieser Handschuh, der mit dem Tablet gekommen ist, ist halt echt so kacke vernäht, ne? Ich weiß nicht, diese Handschuhe habe ich nie benutzt, weil die einfach nur... Ja, da muss man sich sowieso erstmal dran gewöhnen. An sich habe ich mich auch an dieses Gefühl an der Hand gewöhnt, aber zwischen Mittelfinger und Ringfinger ist das halt so offen, ne? Halt nur die eine Seite ist halt mit Stoff. Ich weiß. Aber das ist halt... Es fühlt sich halt an, wenn ich einfach nur den Handschuh weiter runterziehen wollen würde, dass ich einfach den Handschuh automatisch aufreißen würde. Also er versucht jetzt noch was zu essen und dann würde er kommen. Ja, also die anderen beiden sind ja sowieso momentan noch weg. Also Arti und Pedasch. Wobei er scheinreichen würde. Joa. Wobei, vielleicht kommt er, weil er gerade von der Toilette endlich runtergekommen ist. Weil er endlich fertig ist. Das ist aber unhygienisch. Oh nein, ey. Ja, da. Mein Kopf, ey. Kacke, die die Prostate streichelt. Ja, also wenn wir rausgehen. Oh Gott. Oh, scheiße. Ja, wirklich, scheiße. Hast recht. Einmal nur dieses Bild, was ich im Kopf kriege dabei. Nein. Also Zay versucht noch was zu essen, dann würde er auch ankommen. Er versucht? Ja, ihm geht's immer noch ein bisschen beschissen. Alter. Aber TC gibt mir das da mal. Dankeschön. Alter. Den hab ich mir gerade erst hochgeholt. Ja, es ist meiner. Scheiß, Potsau, gib den zurück. M-m. Das hier brauchst du bestimmt auch nicht mehr. Kann ich auch. Was du essen musst, muss ich mir aber theoretisch tatsächlich auch nochmal machen, ey. Ey, zeig den an, der glaubt die Sachen. Ja, muss ich auch. Vor allem, und dann auch noch so kackfrech sein und sich einfach bei mir auf der Schulter anlehnen. Ja. Ey, die schlagen direkt. Direkt aufs Maul. Ja. In die Phrase. Gott, ich darf damit auch kein Verkleckern. Das hätte dann Millionen Aufrufe auf YouTube. Wenn ich, wenn ich meine Stimme einfach von, von dem Video trennen würde, dann würde es auch Millionen Aufrufe kriegen bei YouTube. Weil sie ein Anime-Medium beim Labern sehen. So, 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 imagine, automatisch, automatisch die Videos immer mute schalten. Und dann gucken sie sich an und irgendwann merken die, oh, das ist gemutet, macht Sound an. Das ist ein Mann. Scheiße. Schnell Hose hochziehen. Noch ein richtiger Abtörner erstmal. Ja. Weißt du nicht. So, so Instant-Lash einfach. Ja, Ketchup, du geilst dich auch so daran, auch ich weiß. Ja. Das habe ich schon getan, bevor es cool war. Oh, Hilfe. Ja, Hilfe, er steckt ja fast an seinem komischen Brötchen. Brötchen, in Anführungszeichen. Ja, das ist ein... Was ist denn das? Ich bin ja nicht... Gesundheit. Steckt er da erstmal dran? Mmh, Gürkchen. Aber warte mal, warum... Warte mal, warum hat man noch wem? Das ist ein Bratwurst. What? Ich habe nur Bratwurst gehört. Und alles andere habe ich nicht verstanden. Ich esse schon mal eine vierte Mahlzeit. Mmh. Das ist ein Bratwurst, bitte. Hm? Ja, John, dass du verfressen bist, wissen wir. Nein, das... Ich esse jetzt mal ein fieses Frühstück. Gleich kommt Mittagessen. Mittagessen? Mittagessen um fünf? Ja. Hallo, du hast das Brunch vergessen. Brunch, Lunch, Zansch. Viermal Frühstück und Brunch vergessen. Direkt zum Mittag, das geht ja gar nicht. Ich darf aber auch so viel essen. Ich nehme eh nicht zu. Arti wohl jeden Abend seine Rettungsringe weglegen. Hast du recht, wenn Arti nicht noch weiter aussehen? Was, Nika? Und noch weiter kann sich ein Mensch nicht aussehen als du. Nicht. Stimmt, ich kriege hier schon keine Luft mehr. Ich kriege hier keine Luft mehr, so fettes Arti. Aber Arti ist der Grund, warum es in den Sendungen immer spontan eine Werbepause gibt. Weil Arti sich einmal bewegt und alle Menschen auf der Welt haben, weil wir uns auf dem Fernsehen immer sehen. Deswegen gibt es in Japan so viele Erdbeben. Ich habe da gerade nur irgendwas von Werbepause mitbekommen. Oh Mann. Junge, ich habe jetzt schon wieder zwischendurch Frames wussten, dass nicht Hass ist. Da hat irgendwer wieder was runtergeladen. Dein Sessel? Wem geht's was? Wie geht's meinem Sessel? Dein Sessel, der ist... Wie geht's meiner Torten-Ding-Rumsen? Der ist wirklich platt oder durchgesessen. Wie geht's meinem Tortenkasten? René. Hm? Wie geht's meinem Tortenkasten? Da steht die bei mir zu Hause rum. Sehr gut. Wenigstens etwas. Was ist denn eigentlich das mit diesem Geheimnis? Alle Aktionen sind einem Serium, Zeichnungen und Sätze sind versteckt. Ja, du weißt halt nicht... Du kennst den Satz nicht, du siehst die Zeichnung nicht. Du musst einfach nur mal unterschreiben. Abwechselnd. Okay. Das heißt, da kommt... Da kommt absoluter Bockmess bei raus. Alarm. Alarm. Ja, obwohl die Zeit kommt hier auch langsam hoch und fang... Eiu, eiu, eiu. Ja, Aktion, lauf. Das kommt davon, wenn du die ziehst, alles mit Klaus. Sind alle wieder da? Ich wüsste gleich, wo ich wohne. Alle sind wieder da, oder? Ja. Ja. Glaube ich. Ja. Okay. Jetzt starte ich. Hab ich da noch am Essen? Okay. Nee. Ähm. Oh, schreibe ich das? Hm. 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 Ach, Gott. Äh. Aktion, versuch's mal mit Öl. Das ist anatomisch nicht möglich Stecken sie sich ihr Geschlechtsorgan In ihr alternatives Geschlechtsorgan Das ist endlich so lang, dass du dir den Arsch schieben kannst Aber ich bin ein Kampfhubschrauber Ich hab sowas nicht Okay, warte mal Dafür muss ich das Lade-Ding so hier unten Ich weiß, was es ist, aber wie sieht das aus? Wie es aussieht wahrscheinlich Ich habe voll gekleckert Brauche ich die Tastatur? Ups Du, 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 du Ich stirb Kartoffeln Soll ich das Mist wie ich da Aber es ist ja schon süß Wie soll ich das Mist wie ich zeichnen? Ah ja Mit Mist und Vieh Warte Der Ausgang ist hinten links Nur, dass du es wissen Also wenn ich jetzt jedes Mal Jedes Mal im Badum-Tisch Bei mir Hinter meinen flachen Witzen hören muss Dann weiß ich auch nicht Dann hörst du auf damit? Ne Sade Dann kriegen die Leute glaube ich irgendwann Ohrenkrebs Weil du es durchgängig hören wirst Ah, Hilfe Hilfe kriegst du nicht Hilfe ist ausverkauft Oh shit Ich habe leider nicht das Ich weiß bloß eine Sache von dem scheiß Ding Und das ist das Das hier irgendwie so ein Nein Nee Hä? Nicht ganz im Kopf Das war auf jeden Fall Irgendwie so ein Zwischending hier Ach so scheiße Ich bin so schlecht hier Mein Ja, die bei Pokémon Oh no Die ist echt okay Weißt schon, jegliche Energies, die ich bei mir in der Hosentasche verstecke und so, das sind alles nur Fake-Energies, ne? Nein, ist aber deiner. Ja, weißt du, womit ein Fake-Energy ist, der gemacht wird von mir? Ja, nee, kannst du dir genau sagen. Der hat das schon mal versucht bei mir. Genau, du trinkst gerade den Monster-Espresso. So ähnlich. Achso. Du sagst, die Farb-Gebung ist richtig, ne? Farb-Gebung ist richtig. Nur der Rest nicht. Genau. Normalerweise wird es mit Taurin gemacht. Oh. Bei mir wird das nicht von, nicht von Kühen geholt. Also ich dachte, du meinst, das, woraus dieser Monster dann besteht, ist schon mal durch einen Prozess gelaufen in dem Sinne. Ja, ja. Der wurde durch, durch einen sehr guten Filter, durch, von zigtausend Energies. Also zigtausend Energies wurden gut gefiltert. Also alleine deswegen, wegen dem hier, wird man schon das, was ich hier gemacht habe, wird man schon erkennen, was es ist, aber. Das ist aber, der Winkel ist halt kacke. Genau. Genau, Artie. Om, 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 Om. Mom, Eschen. Naja. Essen. Hast du den Energy auf einmal zu Eis gemacht? Hm. Ja, wieder nicht. Krieg ich das? Ja. Aha. Also ich glaube, ich werde sofort erkennen, wer das kriegt. Ich habe erst was anderes gelesen, ey. Hä? Oh Gott, wie heißen die Kackviecher? Was soll das darstellen? Gott, ey. Also, was, wer meins bekommt, der, ich glaube, der wird das nur wegen einer Sache instant erkennen. Keine Ahnung. Wenn ich eine Falschbeschreibung sehe, dann, denn die Person wird gebannt. Instant. Wird wahrscheinlich nicht. Okay. Dove Frage, was. Ich bin übel verwirrt. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ich glaube, du hast meins, oder? Ist da ein Fahrrad abgewildert? Ja, Fahrrad. Ja, dann hast du meins. Ich habe gerade an so ein Tron-Bike gedacht, ey. Das fäuchte auf einmal so aus dem Hinternetzloch. Oh, lol. Oh, lol. Wait, Moment mal, JJ ist weg. Ach, ja. Okay. Oh, Gott. Soll ich das mal ein? Oh, Gott. Alter, okay. Also. Wie soll ich das zeichnen? Beleidigungen sind in Ordnung, oder? Solange es jetzt nicht... Äh, inwiefern? Also wenn es Beleidigungen an uns gerichtet sind, kommt immer drauf an. Also dann kriegst du sofort eine Anzeige, also das, das seh ich nicht ein. Beleidigungen von... Ja, keine Sorge, du bist es nicht. Von irgendwelchen... Okay, dann ist mir das egal. Ja, aber wie ich das machen soll! Andi, warte mal, es ist ja eher... Okay, oder? Soll ich eher so... Was machst du hin? Erstmal verrecken. Erstmal verrecken, ja. Ist ja auch... T-T-T-T-T Ich hab keine Ahnung, Alter. Wie malt man denn sowas? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, du hast meins gekriegt. Kann sein. Weiß ich mich. Scheiße. Gott. Hey, es ist Zeit zu zeichnen. Sag bloß. Ja. Hä? Was? Ach komm, Gregor. Man muss das ja alles so genauer nehmen. Wobei, vielleicht... So, jetzt bin ich fertig. Erstmal blenden, Newton. Also, wer auch immer das geschrieben hat, gut. So. Damit Gregor auch zufrieden ist. Der nimmt das zu genau. Lass Gregor in Ruhe. Der hat dir nichts getan. Ich kenn ihn zwar nicht, aber er hat dir nichts getan. Doch, er verprügelt mich hier jedes Mal. Nein, tut er nicht. Er klaut den ganzen Tag. Das ist, das ist nur... Ja, moin, Durche, moin. Ich fühl mich hier gemobbt. Das ist auch das Ziel. Das ist auch nicht geil. Alter. Hast du es jetzt erst gemerkt? Leute, oben steht da, hey, es ist Zeit zu zeichnen. Ja. Hey. Es ist Zeit zu zeichnen. Lass dir deine Alpträume Wirklichkeit werden. Ja. Ich hab gar keine Alpträume. So ziemlich genau. Ja. Also bei einigen Sachen, die man zeichnen muss, ist es schon. Aber was ist das denn? Ist ja viel zu pink. Mashallah. 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 Also das war einer. Ey, Dicker. Ich bin nicht, Dick. Doch. Bin nur stabil gebaut. Ah, shit. Ich hab nur schwere Knochen. Genau. Ich bin aber auch wortwörtlich als Gegenteil von Dick. Shit. Shit. Ich bin Haut und Knochen. Mhm. Klar. Ah, okay. Das wird man wahrscheinlich überhaupt nicht erkennen. Trinkst du doch lieber Cola jetzt. Oh Gott. Hä? Wie heißt das? Was zum... Oder? Ist es da? Doch. Warte. Ist das wirklich so eine Sache? Äh, das... Das hört aus, als würde ich sie zu... Da hat sie auch nur rüberflüstern. Neh, heh, heh, heh. Gott, nein. Dem flüstere ich doch nicht ins Ohr. Der, der meine... Meine... Ähm. Äh, heh. Was? Meine... Meine... Meine Kostome-Energy-String. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nochmal sowas? Scheiße. Ist das hier eine Anspielung mit dem Schnabbelt hier? Mann, das... Das, was ich hier lese, ne? Mein Brain macht direkt was Falsches da draus. Warum musste jemand das so schreiben? Ich weiß es, ich... Ich mache ein bisschen wie mein Avatar hier. Warum muss ich zweimal nach dem Ende so was machen? Ja. Ach, shit. Gott. Also langsam wird sie persönlich. Ach, ehrlich? Warte, warte bloß auf die Auflösung. Nee, das ist nein. Gott, ich kann das nicht zeichnen. Tja. Tja. Äh. 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 Alter. Äh. Äh. Scheiße. Ich weiß ganz genau... Ich weiß jetzt schon, was andere Leute dazu schreiben werden. Oder schreiben könnten. Und das ist falsch dann. So, schon die letzte Runde. Okay, das ist ja umso besser. Wollen wir mal nach den Sitz... Äh. What the fuck ist das denn? Scheiße. Kriegt er erstmal eine Monobraue für eine Sekunde. Äh. Äh. Shit. Kein absolut... Man kann absolut... Ey, meine Zeichnung ist... Hat absolut keine Konsistenz, habe ich das Gefühl, ey. Ich kann das absolut nicht zeichnen. Mal 10 von 10, mal... ...minus 3000 von 10. Okay. Mhm. Ja. Alles klar. Ja, gut. Finde ich genauso. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ja, doch. Ich stimme zu. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ah, shit. Ja. Gutes Statement. Nee. So, das wird jetzt ein bisschen unhöflich. Ey, das ist doch eine Mucke hier. Das ist die Mucke. Die eine Mucke, um sie alle zu knacken. Ich kann es nicht zeichnen. So, nicht alleine. Übrigens. Prost. Schuldschulder war Absicht. Ach, das ist doch schon das letzte Ding hier. Ja, ja. Ja. Ach, shit. Ich freue mich, hoffe ich, dass dieser Bohrer da oben sich so festsetzt, dass der sich dann um die eigene Achse dreht und der so gegen den Kopf kriegt, dass der K.O. daneben liegt. Nee, nee, ich stelle mir das gerade einfach vor. Der Bohrer verhakt sich. Bohrmaschinen dreht sich. Der Typ hält einfach fest und schlabbert einfach wie so ein Lappen drumrum. Shit. Wow. Wow. Ist nicht witzig. Ich könnte dir ein Video schicken, was ähnliches hat. Glaub mir, das ist dann nicht mehr so cool. Oh. Shit, Alter. Oh, nee. Spannend, ey. Gott, warum musst du zwei mal nacheinander basically das gleiche bekommen? Erstmal, ich brauche gerade einen Kudor, ey. Weil ich werde dich verschlucken. Er stickt dran. Hast du davon, wenn du mich beklaust, du Sau. Schluck du Luder. Was? Ich bin nicht, Julia. Vor allem diese Aussage davon, ey. Gott, warum kriege ich da direkt ein falsches Bild in den Kopf? Okay. Seid ihr ready für den Shit des Jahrtausends? Nein. Ja. Nein. Oh. Oh shit, here we go again. Oh shit, here we go again. Das habe ich nicht so gut hinbekommen. Sehr gut. Ich habe nicht gedacht. Fußballer mit Fahrrad. Fußballer mit Fahrrad. Ja. Yo. Fahrradfußball. For the win. Von wegen Rocket League. Rocket League ist scheiße. Yo. Voll cooles Fahrrad. Das ist ein gutes Fahrrad. Danke. Alter, ey. Master Sword. Oh, Junge. Ach ja, stimmt. Ja, danke. Nice. Also, wer das nicht erkannt hätte, Digga. Alleine wegen dem Zeichen. Ich hätte das Toy Force einfach zeichnen können. Ich habe das Zeug nie gespielt. Ja, genau. Okay. Schande über dich. Das war... Meisterschwert von Link. Los. Und jetzt kommt meine super Zeichnung. Das finde ich schon mal gut. Von morgen. Von morgen. Oder von gestern. Mamas Lichtschwert unterm Bett. Und ist Schokolade. Ja. Okay. Ich habe da erst ankommen gelesen und ich habe einen Nomnom. Ist Schokolade. Irgendwas mit Schokolade? Nee. Hä? Okay. Eiskalt. Okay. Arte ist schon wieder etwas. Ist schon wieder etwas. Burger. Äh? Okay. Alter. Toll. Arte bei MC. Arte bei MC. Okay. Der Mond. Haut und Knochen. Arte ist bei McDonalds einen Burger Punkt 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 und wird fett. Ah! Gott ist sauer auf das Goldene Amp. Der Mond aus Arte wurde Gott. Ach, ich bin Gott. Okay. Anstatt einen Burger fresse ich einfach McDonalds. Das kommt rein. Ja, erst habe ich dich da in klein drin gemalt. Und diese größere Form da. Oder Bäh. Du sagst das aber irgendwie. Im Groß sieht es aus wie Grundhilder, ey. Banjo und Kazooie. Alter. Oh Gott. Ein fettes Schnabeltier mit Zylinder. Mit Zylinder? Okay, der Zylinder war nicht da. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Gans. Perry, das Schnabeltier. Perry, das Schnabeltier. Das Schnabeltier daraus gesehen. Ein Schnabeltier. Oder ist es etwa? Perry, das Schnabeltier. Nein. Der war GG, ey. Guter Abschluss. Ja. Jetzt kommt das Schlimmste von der Hände. Oh nein. Artyon ist so verfressen, dass er eines Tages die Ziv... What the fuck? Also hatte ich das doch richtig. Arty frisst die Ziv. Natürlich durfte ich das wieder zeichnen. Achso, ich habe das erst gar nicht erkannt. Punkt, Punkt, Punkt und wird fett. Wieder. Arty sieht schwanger aus. Das ist wahrscheinlich Arty 1 zu 1. Und ich sehe nur, Arty ist die Ziv. Und ich sehe nur, Arty ist die Ziv. Und ich mein Kopf erst mal... What the fuck? Warum schickst du mir solche Bilder? Arty ist doch hier eine Runde der Einzige. Der weiß, wie ich echt aussehe. Aber die Wampe ist gut gelungen, also. Die Wampe beißt. Keine Ahnung. Boah, das war ein richtiger Fingerknacker hier. Gott. Von zweimal nacheinander kommt Arty frisst. Bin ich jetzt nicht dreimal da drin vorgekommen mit Essen? Weiß ich gar nicht. Ich habe zwei bekommen. Ich kann nicht mehr. War es nicht mehr spielen oder nicht mehr essen? Nein, essen kann er immer. Zay ist da, aber er ist nicht drin. Was ist denn da los? Was macht er denn? Ja, wie gesagt, er wollte was essen. Wenn wir nochmal aufs Thema Zeug wollen. Ja, ja, aber... War das nicht von einem gefühlten Halbestand? Es ist DC. DC. Es ist... Es ist Zay. Du weißt doch. Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Wahrscheinlich ruft er immer nur der Essen und der Fiff. Wie bitte? Zay essen. Ja. Ja, drei Wochen später. Was? Wie? Essen? Was? Wie? Warte, was? Oh Mann, ey. Scheiße. Und dann war das Essen noch gar nicht fertig wahrscheinlich. Ja, Klassiker. Wie wäre das dann, wenn das Essen tatsächlich fertig ist? Boah, selbst dann nicht. Kasse ist wie die Pest. Essen ist fertig. Ich gehe runter, Tisch ist nicht gedeckt, Soße ist noch nicht fertig. Ey, ich muss das Soße machen. Essen ist fertig. Essen ist noch nicht fertig. Essen ist fertig. Und jetzt so nach dem Motto, ey, du bist ja jetzt unten, mach mal Essen. Boah, der Klassiker ist, Essen ist fertig und dann kommt die runter und die Mutter ist nur so, ey, wenn du schon da bist, kannst du den Tisch noch decken. Ey, oh. Einfach nur so eine Ausrede. Das Beste hat mein Vater noch gebracht. DC, du weißt ja, wo unsere Treppe ist und wo unsere Küche ist. Kaffeemaschine steht wirklich, du musst dir vorstellen, du hast die Treppe vor dir und drehst dich nur nach rechts und dann ist es um die Küche. Oh. Mein Vater geht an die Treppe, ruft mich runter und sagt, setz mal Kaffee auf. Bro. Richtig eiskalt, ey. Und ich denk mir so. Du weißt schon, hast du eine Zeit, wo du mich runtergeholt hast. Oh, shit, ey. Was, wo ist es denn anders, hä? Was, was? Was? What? Nani. Wollen wir doch mal sehr anschreiben. Vielleicht, ob er kommt. Ey, ich, ich schreibe. Er erscheint. Er erscheint. Ja, ich hab mich auch schon selbst korrigiert. Es gibt mir eine Flasche Wasser oder so. Ach so, ja. Muss ich das verstehen? Ja, das sind Betriebsinsider. Also nein, musst du nicht. Das sind Betriebsinsider. Wir sind Arbeitskollegen. Ach so. Gott, bin ich fertig, ey. Oh, noch eine Runde machen wir, oder was? Ja, klar. Ja. Warte, nee, noch, seh. Also, komm mal. Vielleicht kriegen wir's, äh, vielleicht kriegt's Seidern dann hin. Und wenn nicht, dann schreiben wir ihn nochmal. Hey, so, ich bin da. Kann losgehen. Ja, das ist, ja. Und wenn er bis zum Ende der nächsten Runde nicht da ist, schreiben wir ihn nochmal alle an. Na sicher. Das ist der Plan. Das ist der Weg. Äh, ja. Hey, Trim. Do you know the way? Nee. Nein. Oh, oh, nee. Nein, nein. Oh. Say. Er war ein Spacker jetzt hier. Der Lurker ist da. Der Lurker ist da? Äh, warum ist das, warum ist das überhaupt nur die eine Playlist? Ach nee, das ist doch alles. Warum ist das nicht? Playlist wiederholen. Und random. Ja, danke. Random. So. Ja. Gut. Wenn alle wieder da sind. Ja, wie ist der Link? Äh, steht der Cooperation? Coordination, ja, letztlich. Also, die sie noch nicht starten. Achso, ich, ich. Ich hab mich schon gefragt. Hä? Ich hör halt nicht, wenn jemand rein sollt. Ich auch nicht. Ich war nur mal wundert, als jeder geschrien hat. Da hatte ich nochmal in Discord geguckt. Und da hab ich gesehen. Say. Ah, hier. Jetzt nimmt er den oberen Ausversicht. Das ist natürlich ein leeres Lobby. Ja. Warum geht der nicht? Warum geht der nicht? Weil er von Ahti kommt. Achso. Ah. Der wurde schon gegessen, sagst du? Der wurde schon verarbeitet. Der wurde schon verarbeitet, ja. Ja. Von mehreren Metern an, an Fleisch. Vom Fleischgang. Ja. Ist egal, ich werde dich in der nächsten RDR-Runde so fertig machen. Warum? Ich, ich, ich bring, ich bring mit unter den Spruch und du wirst fertig gemacht. Das find ich gut. Sollte ich, sollte ich immer machen. Gut. Weißt du, deswegen hab ich gestern mit dir kein RDR mehr gespielt. Ja, klar. Weil du, weil du. Durch wen kriegst du denn die ganze Kohle in dem Spiel, hä? Ohne mich wärst du noch nicht mal einen Dollar. Ich hab schon ein Gerücht. Baba, baba. Da, 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 da. Das ganze Geld, was du hast, hast du nur durch meine Händlerrolle. Ist das so? Schön, erstmal hier. Korin ist ein Mogelhafen. Mogel im Hintergrund. Oder ist er die... Also, diese Seite öffnet sich gar nicht erst bei mir. Also, alle anderen Seiten funktionieren, aber... Wirklich den richtigen Link? Ja, den unteren. Ah, jetzt. Warte, ich hab von der, von der Szene geträumt. Mit dem Hund. Was so vorhin gefallen ist. Warum, warum kannst du das nicht aufnehmen, ey? Das ist... Ja, das kotzt mich auch an. So stumpfe Momente passieren, die toppen einfach alles. Würde Freps noch funktionieren? Dann könnte ich das mit Freps ja aufnehmen. Ja, aber Freps ist so leistungsschonend. Aber Freps funktioniert nicht mehr. Oha! Dann im Hypercam. Oh Gott. Wenn ich die Namen noch mal rühren. Erstmal vor... Kann man nicht im Nachhinein hier noch sein Geld ändern? Nee. Gerade. Machst du denn nachher noch mit, Snigger? Weiß ich nicht. Angst. Ja, nachdem... Nachdem ich was gesagt habe und du ihn fertig machen willst, kann ich das verstehen. Weil er darauf eingegangen ist. Verständlich. Mein Charakter hat auch Gefühle. Sehr gut. Dann... Sind wir wohl vollselig. So, jetzt sind wir wohl alle da und ready. So, jetzt machen wir eine richtig kranke Runde. Also nein, das willst du nicht. Willst du nicht. Shit. Was hast du denn für ein Vorschlag? Ähm... Gottesanbeterin, die im Barg betet. Schwitzender Jongleur im Zirkus. Oh Gott. Ähm... Echt? Alter. Brain ist langsam richtig durch. Ja. Ich hab langsam keine Ahnung mehr, was ich schreiben soll. Ich hab schon was. Und... Oh Gott. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Irgendeine richtig kranke Scheiße wollt ihr haben. Könnt man das denn darstellen? Nein. Jetzt kommt's. Doch nein. Corona-Karos. Ich hab mir ein neues Mobbing-Opfer gesucht. Was ist ein neues Mobbing-Opfer? Haben wir nicht jetzt schon fast alle durch? Nee, also... Ja, das schon, aber... Nee, das war... Na, du bist noch nicht dran gewesen. Ich bin auf die Person gegangen. Jetzt hab ich den Grund dazu. Das geht ja auf mich wahrscheinlich. Aber Artyon hatten wir doch eben schon durch. Das ist ein Wohin. Ja. Arty frisst die Sie. So. Ja, und die Sie musst du drunter leiden. Ich musste drunter leiden, weil Arty sich irgendwelche Bilder von mir... Weil er irgendwelche Bilder von mir gemacht hat und die einfach vernascht. Er hat wahrscheinlich schon jetzt einen eigenen Ordner auf dem Rechner angelegt, hier für diese Bilder. Gott. Oh, nee, Alter. Oh, Gott. What? Ähm. Okay. Wie mache ich das denn? Das heißt... Ich glaube, du hast meins, oder? Ich brauche ein Speed-Auto-Klicker, um dieses... Speed-Auto-Klicker? Speed-Auto-Klicker. Aber das habe ich gerade nicht installiert. Passt schon. Okay, so. Dann nochmal. Keine Ahnung. Sieht nochmal ein Regenbogen aus. Ich denke, ich kann das auch... Wie sieht ein Regenbogen aus? Hm. Okay, das... Das wäre ein bisschen überdimensional. Filling-Tool. Du bist scheiße. Scheiße! Oh, man, no. Und weil ich erst Schilling und nicht Fillingen verstanden habe. Musste mein Brain erstmal interpolaten. Man! Ich bin kein Mann. Ich bin ein Kampfhubschrauber. Oh, shit. Wie oft noch? Ist ein etwas. Ich bin ein... Äh. Wie... Ich bin jetzt aber nicht freundlich von dir. Wie stellt man ihn da... Das stimmt, allerdings bin ich nie. Boah, wie zeichne ich das? Scheiße. Ich bin ein Kampfhubschrauber. bad. gonna have... Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll, ey. Scheiße, geil, ich mache einfach mal so. Oh, shit. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das auch machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn darstellen soll. Aber ich will erstmal Tiramisu machen. Ach nee, Tiramisu bin ich kein Fan von. Oh, kommt auch an, wie man es macht. gut stimmt aber an sich an sich lieber nicht schon ewig nicht mehr vergessen oh gott war die so widerlichen tiramisu aus dem laden hast du schon keine ahnung ich deine lache schon wieder höre habe ich wieder angst ja okay okay ich mache ich mache das jetzt so man könnt mich mal ihr habt damit angefangen womit haben wir denn angefangen ok ich habe echt angst ja um gottes kommt ja gar nicht mehr klar komplett durch ja ja ich rufe kein krankenwagen krankenwagen ist auch zu spät wenn es so weitergeht ach so ja gut muss ich wenigstens nicht telefonieren nein doch lass es geschehen ja genau ich krieg das nicht mehr fertig es hat so gut angefangen und dann war es doch so grütze dann warst du du hättest die runden davor da sein müssen aber echt du hast so viel verpasst ja aber richtig kacke ähm ähm okay ähm ja das ähm ähm bioplakat über rauchen gemacht äh was bioplakat über rauchen ich habe gestern rauchen studiert studiert er studiert ach so so man so ich freue mich immer äh ah ok ähm ah boi fertig ich habe keine ahnung was das sein soll ah ähm mir läuft echt schon die mir läuft es halt echt schon die ganze Zeit aus den Augen ne also ich glaube da wird gleich jemand so ein bisschen äh salty sein wenn er da ok das letzte wort das war im englisch das was ich geschrieben habe ist kein grammatikalisch korrekter Satz aber ich muss das irgendwie in diese scheiß leiste kriegen aha ah ok das ich habe keine ahnung wie ich das zustande kriegen soll jetzt ist die frage wer soll das sein wer soll das sein das hier habe ich nicht im kopf hm also wer auch immer das geschrieben hat tut mir leid das kann ich nicht zeichnen weil ich nicht weiß wer der zweite sein denn Mutti färbt dir heute die Haare blau ok wha solange es nicht übertrieben blau ist so neon blau ist hm naja gut das ist ja deine Entscheidung hm das stimmt ich habe den Helm nicht mal mehr umge- oh scheiße wer soll das sein ich weiß es nicht blau grün ok also doch so ein relativ helles deine mom hat pinke Haare ok oh ich habe keine ahnung mehr wieder alter wie lange habe ich den shit schon nicht mehr geguckt ja das muss dunkler ja das muss irgendwie so ja wobei kacke ich muss das ja umfärmen ich habe jetzt schon aufs level zu drinnen ich hoffe das ist dringend gott das kann man so schlecht erkennen ist zu wenn das auch immer war das das ist voll gemein das ist ja anstrengend hier wer kam wer wer musste sich musste sich ausgerechnet was anstrengendes ausdenken zum hier so gefällt mir nicht hier zu großen kurzen t-shirt und kurzer hose yo läuft bei dir wenn der ist mein avatar einfach nur in so einer in einem mantel alter mal das ding ist ich muss hier ganz shit ach boah nein gott doch lass es geschehen ich will nicht mein ganzes bild schwarz haben nur weil ich mich verklickt habe nicht aber schön habe ich gehört schwarz ist eine schöne farbe das stimmt allerdings ja also wenn du wenn du gesehen hast hier das hier äh deswegen ist das so ist das der gibt es oder komische da ist du verdammt das ist genau mit dem Shit! Warum? Warum? Ja! Man, jemand hat mir einfach was viel zu schweres gegeben. Das kann ich nicht einfach so zeichnen. Scheiße. Boah, ich seh schon meine nächste Challenge. Wenn ich das nächste mal die Zombie-Mode spiele, werde ich keine Maus drücken, sondern meinen Stift zum Aimen. Wahrscheinlich spiele ich dann trotzdem noch besser als Zay und Dessana. Kannst du ja mal bei Handshodern machen. Lass mich mal. Ja, vielleicht treffe ich ja einen Handshodern und dann mal besser, ey. Kein D-Sync. Also, Artyom, besser als Zay kannst du auf jeden Fall dann, weil Zay ja das Spiel spielt, ne? Gott, wie soll man das denn machen, Alter? Ich komm mir grad richtig gemein vor. Gott, nein, 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 zurück. Ne, komm, egal. Nein. Hä? Hä? Ähm. What? Ja. Ja. Ja, gut. Ich hab keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich hab zwei Sachen, die ich gerade eintippen will, aber meins wär weird. Ich hab keine Ahnung. Hm? Das hat schon schief geht. Hilfe. efectiv geht. Ehh, ich-ich-ich-ichrog Ich schreib es einfach nur. Was mach ich denn da? Was soll das sein? Junge. Mein Chill. Nein, ey. Shit, ey. Oh boy. Ich glaub ich war in einer Toon Run-Mobben. Ich hab so viel mit Artie gelesen. Ja, das stimmt allerdings. Christenthal ist den Typen gezeichnet. Den komischen schwarzen Wuschelkopf. Schwarzen Wuschelkopf. Was denn? Artie ist schwarz. Genau. Jetzt kommen also hier die Hot News. Oh, lass knacken hier. Mach. Was? Lass kacken? Lass kacken. Ah ja, genau. Stimmt, das hatte ich geschrieben. Ketchup in der Ketchup-Fabrik. Voll mit roten Augen. Das kam definitiv nicht an. Kedas in einer Ketchup-Fabrik verliebt sich in besagten Ketk. Okay. Bitte, was? Ein Mitspieler freut sich, dass er in einer Dynamit-Fabrik ist. Wow. Oh yeah. Das geschieht schon im Team. Artie spielt leichtfertig mit der Ante. Yo. So richtig komplett betrunken. Geil, Mann. Ich hab Dynamit, Anna. Ah, geil. Ah, nee. Bei mir kommt das auf mich. Weil du auch mit Knall sitzt. Weil du immer nur Scheiße maust. Ja, nirgends. Richtig. Kranke Scheiße. Ja. Toll. Wow. Ja. Oh, das ist so lustig. Das sieht aus, als hätte die irgendwas gesmoked. Kranke Scheiße. Kranke Scheiße. Ja. Aber ich glaube... Das sieht aus, als würde er eine Party feiern wollen. Oder auch nicht. Mit Nasen laufen. Zombie. Zombie, genau. Stimmt. Ja, weil es ein Zylinder ist. Ja, ja. Pink nimmt Zylinder. Oh, Mann, Alter. Warum Pink hat Zylinder? Darth Vader auf der Pride Parade. Ah, wieso? Ja, ja. Darth Vader auf der Pride Parade. Okay. Darth Vader auf der Pride Parade. Ich glaube, es ist genau... Oh, Mann. Uh. Nein, keine Ahnung. Darth Vader als Artist war bei... Er hat das selber beschrieben. Oh, no. Du Bastard, Alter. So viel Zeit. Er töte Darth Vader und übernimmt seinen Platz. Aber Darth Vader bleibt drin. Ja, immerhin. Immerhin habe ich den Helm halbwegs richtig hinbekommen. Gib mir ein paar Stunden mehr Zeit und du kriegst tatsächlich die vernünftige Baume. Oh, nee. DC versteckt sich vor... Achso. Hab ich direkt... Brains. Der geht hier so. Das sagt ihr ja andersrum. Artyon versteckt sich vor DC. Hä? 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 E-Printer? Er hat versucht verstecken, versucht DC, Engary zu klauen. Achso, das sieht aus wie Print. Ihr vollen Monster direkt. Artyon kommt nicht an seinen Engary. Engary. Ich bin Engary. Ich bin Engi. Arty versucht sich bei Zika einzuschleimen. Das klappt nicht. Lull. Der vollen Testose geht. Arty schenkt Zika ein Blumenstrauß kleiner als drei. Zika... Kleiner als drei. Ja, so fühle ich mich. Artyon macht das einen Antrag. Best darf. Ich darf weder. Vor allem wie ich ihn einfach in Schuh als Kopf... Artyon ist fetter Haar. Wow. Alter. Da bin ich ja Darth Vader und Arty tötet mich. Aha. Das ist das Haar. Darth Vader, ey. Immer wenn ich Artyon zeichne, kommt immer gleich Artyon ist fetter. Ja. Hm. Zwischen stelle ich den auch nur noch in den Körpern im Kreis dar. Ich auch. Es ist einfacher. Ja. Astronaut nimmt einmal ein Sonnenbad. Okay. Oh. Ach, ein Sonnenbad. Warum hat er dann die Dings dabei? Hä? Was ist das da dran? Arty ist einmal bei Sonnenstrahlen. Was? Was? Leute, ich weiß nicht. Ich habe eines vergessen. Oh, leul. Da Arty auf der Erde alles gegessen hat, isst er nun die Sonne. Okay. Was? Das war ein kleines. Artyon im goldenen Käfig. Oh, die Bilder sind. Also, ist er nun die Satt. Er hat zwei S wenigstens benutzt. Seeker, was meintest du jetzt bei mir? Was hat da gefehlt oder was hat er nicht gehabt? Nein, warum? Was hat er da in der Hand? Hier diese komischen Folien, die man vor sich hält, die die sonst ins Gesicht reflektieren. Der Winkel ist da wieder seltsam. Gott. Lass doch die Winkel in Ruhe. Ja, dreh ihn um, denn er ist richtig gewesen. Du und deine scheiß Winkel. Ja, Mann, Logik fehlt. Und? Ich finde das mit der Sonnenbund Arty gut. Bitte? Ich finde das Bild von Greda bei Arty gut. Ja, Mann, Mann. Wir füllen. Logik wird überbewertet. Überbewertet, ja. Alter, mir tut der Kiefer schon. Oh, nee. Sykes erschrickt wegen Arty's Host. Oh, was? Ach so, wegen Arty's Host. Ah, in der Dusche. Sykes erschrickt wegen Arty's Host. Sie freut sich übertrieben über einen neuen Follow. Sykes hat seinen PC gefunden, ist aber traurig. Was hat er in der Hand? Wodka? Wahrscheinlich zum Riechen. Zum Teil passt das ja auch zu der Geschichte, weil er seine ganze Foto mal gelöscht hat. Ja. Ist ja nicht das das erste Mal gewesen. Oh, Mann, Mann, Mann. Wow. Und das ist Punkt 18 Uhr. Ja. Punkt 18 Uhr, Runde vorbei. Geil. Ende.